So good, baby, baby. Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und ihr hört eine neue Folge vom All-Good-Podcast. In dieser Woche ist Jan van der Thorn bei mir zu Gast. Die meisten von euch wissen wahrscheinlich nicht, wer das ist, aber haben sicherlich schon mal Musik von ihm gehört, denn er ist tatsächlich Produzent und das auch schon seit Anfang der 90er Jahre und hat, würde ich sagen, den Eurodance in der Zeit maßgeblich mitgeprägt. Er hat schon sehr, sehr früh Papa Bear kennengelernt und wurde dann mit ihm zusammen Teil der Booyah Family und hat dort dann unter anderem für Nana produziert, hat aber auch genauso gut mit den Backstreet Boys und NSYNC, mit Mark Wahlberg und Oli P. zusammengearbeitet. Außerdem ist er auch derjenige, der das erste Mal ein großes Talent in Manuelsen gesehen hat und ihn von da an auch auf seinem Karriereweg begleitet und gefördert hat. Und er hat produziert für Yvonne Katterfeld, für Nena, für die Simple Minds oder Snoop Dogg, genauso wie für Sammy Deluxe, Ecofresh oder Capital Bra. Über all das, was er schon gemacht hat und für die Zukunft plant, habe ich im aktuellen Podcast mit ihm gesprochen. Viel Spaß. Wie geht's dir denn? Das ist die beste Frage des Tages. Also, mir geht's eigentlich gut. Same here, different day, würde ich sagen. Wo sind wir hier gerade? Kannst du das mal kurz erklären? Ja, also wir sind hier lustigerweise im Studio, was eigentlich das Studio von Abbas ist, der jetzt in, glaube ich, in Tokio rumschwebt mit seiner Verlobte und ich pendel eigentlich immer hin und her in diesem Gebäude. Es gibt hier eins, zwei, drei, vier, fünf Studios, wovon ich drei selber benutze sozusagen. Ich bin entweder hier, wenn er länger, und er ist nämlich öfters länger nicht da und so teilen wir uns die Kosten. Ja. Aber mein festes Studio ist hier gegenüber. Das teile ich mit Vitali Zeskowski. Der ist immer normalerweise von Dienstag bis Donnerstag da und ich von Freitag bis Montag. So haben wir beide drei Tage die Woche. Aber er arbeitet gerade an seinem Album und dementsprechend hat er mir gebeten, wenn du, ich glaube, ich komme mit diesen drei Tage die Woche nicht klar, kann ich mal einfach zwei Monate ein Stück. Na klar, haben wir das dann einfach vereinbart und deswegen pendel ich jetzt ein bisschen rum. Normalerweise finde meine Sessions oder meine Produktionstage die drei Tage der Woche einfach statt. Okay. Gut, was hier so passiert, da sprechen wir dann später noch drüber. Ich würde aber gerne zu Beginn des Gesprächs erst mal ganz in die Vergangenheit reisen, quasi zu deinen Ursprüngen, beziehungsweise vielleicht sogar noch ein Stückchen weiter nach vorne, weil ich habe gelesen, dein Großvater war Barpianist. Richtig, wow. Hast du das gelesen? Ich war in den Untiefen des Internets. Ja, krank. Ja, tatsächlich. Der war Barpianist und hat so in Holland dieses Boogie Woogie introduziert. Das gab es noch nicht wirklich. Natürlich schon Platten und so. Aber ja, er war einer der Ersten, der das gespielt hat. Und das war auf jeden Fall, leider habe ich ihn nie gekannt, weil er ist leider sehr früh gestorben. Nämlich meine Mutter war sechs oder fünf und dann ist er in einem Arbeitsunfall gestorben. Jetzt nicht im Bar, aber ja. Aber ja, die Geschichte ist tatsächlich, dass er Barpianist war. Okay, und er hat aber auch seine Leidenschaft für die Musik auch an deine Mutter weitergegeben. Richtig. Die Sängerin und Schlagzeugerin. Ja, genau. Ja. Meine Mama, leider auch nicht mehr da, aber sie war Sängerin und Schlagzeugerin tatsächlich. Und ja, die war sehr explosiv, sehr eigen und das war in Holland etwas Erfrischendes, sage ich jetzt mal. Und das kam super gut an. Die war auch ziemlich bekannt. Okay. Und ja, das war für mich natürlich auch ein Grund, erst mal gar nicht in die Musik gehen zu wollen. Das wäre die anschließende Frage. Ja, gerne. Okay, also als Jugendlicher rebelliert man gerne ja auch gegen seine Eltern und du hast gesagt, okay, wenn meine Mutter das macht, dann mache ich das mal bestimmt nicht. Richtig. Okay. Ich habe mich für eine ganz andere Kunst entschieden beziehungsweise Kunst. Ich habe Bild und Medien studiert, so eigentlich Kunstakademie, aber dann mehr projiziert auf Zukunft und Digital, weil ich schon immer mit der Bauchnarbe an den digitalen Welt verbunden bin war. In USB. Ja, genau. Und das war schon immer mein Ding. Von Anfang an. Allererste Computer, die man kaufen konnte, hatte ich auch tatsächlich und ich war schon immer verrückt nach, ich weiß nicht warum, aber es war schon immer mein Realm. Und ich habe mir dann entschieden, nee, ich mache das nicht. Ich will jetzt digitale Kunst und interaktive Kunst und ich habe dann auch noch nebenbei künstliche Intelligenz studiert. Ach was. Ja, was ist, habe ich später herausgefunden, in der Zeit tatsächlich nur in Amerika und Holland gab. Okay. Und es war auch sehr speziell, das mal rauszufinden. Ich wusste das auch nicht. Ich dachte, das ist ganz normal so. Aber alles so, wie künstlich, das kann man studieren? Ja, sogar schon mal damals. Das ist schon eine Weile her, kann ich dir sagen. Digitale Kunst, was heißt das denn? Also Kunst, die am Computer entsteht mit Zeichenprogrammen und so weiter? Also ich habe ja, das Tolle daran ist, dass die meisten digitale Künstler, sind es jetzt Musiker oder Bildende, die meisten, nicht alle natürlich, aber die meisten, haben natürlich eine ganz große Inspirationsquelle aus der nicht-digitalen Welt. Das heißt, du musst eigentlich das andere können, um das Neue, sage ich jetzt mal, besser zu können oder zu verändern vielleicht. Meistens ist das das Ziel, etwas zu verändern, zu verneuern. Und ich habe natürlich klassisch Kunst erst mal gelernt, also beziehungsweise ich konnte natürlich schon malen und zeichnen und dies, das und habe dann erst mal weil der Basis dieser Studium war tatsächlich erste zwei Jahre klassischer Unterricht. Malen, Skizzen, mit Klärung, Daddeln, Bildhauen, alles Mögliche. Um dann erst, wenn du dann tatsächlich das alles nicht mehr brauchst, trotzdem aber diesen Hintergrund zu haben. Ich wollte aber, weil ich ja so rechneraffin war schon immer, ich wollte unbedingt in die Special Effects Abteilung Animation. Das war immer meine Passion, vor allem Animation. Und das war genau der Wende von traditionellen 2D-Animationen auf digitale Ebene und dann auch der dreidimensionale Ebene. Und das fand ich total interessant und das wollte ich unbedingt machen. Welches Jahr war das ungefähr? Oder willst du das nicht verraten? Ja doch, das war, ja, es müsste 91, 92 gewesen sein. Okay, also sprich filmisch kamen dann so Sachen wie, also was waren Filme, bei denen man das gesehen hat, was dich fasziniert hat? Also Filmen für jetzt normale Zuschauer gab es noch nicht. Okay. Ich glaube, dass der erste digitale, komplett digitale Film war tatsächlich, war es entweder Ants oder es war Toy Story, ich glaube sogar Toy Story. Also eher so 94, 95. 94, 95, genau. Aber du musst natürlich wissen, wenn dann schon ein Film rauskommt in diese Quali, dass da 10 Jahre vorher die Welt schon mit, voll mit im Gangen war und das haben wir tatsächlich auch alles, also das, das habe ich auch alles gelernt und so. Okay. Und du hast auch an eigenen Animationsfilmen oder so gearbeitet und die Musik fehlte? Genau. Ich habe erstmal für das Studium natürlich viel machen müssen. Ich hatte mal eine Installation gebaut, das ist eine ganz lange Geschichte, ich mache die mal ganz kurz. Ich hatte mal eine Installation gebaut, wo ein Rechner über acht Porten sozusagen Signale sendet zu 32 Lautsprecher, die in den Halbkreis standen. Und dann konntest du einfach Signale senden und das hörtest du dann, wenn du dich da reinbewegst, hörtest du so den Sound um dich herum. Das hatte ich dann, okay, das fand ich cool und dann habe ich eine Animation drumher gebaut, weil, ganz lustig, das kam, weil drei Wochen davor war eine Lesung von so einem Professor aus Amerika, der immer sagt, ja, virtuelle Welt ist zwar cool, Image und Bild und so, aber eigentlich ist unsere Equilibrium mehr gesteuert vom Ohr, Organ, als von was wir sehen. Und das hat mich total so, wow, das ist ja crazy, das wusste ich natürlich nicht, ich war noch super jung und da war das für mich die Herausforderung, okay, wie kann ich dann das Bild und den Sound in eine dreidimensionale Welt bringen? Völlig verrückt. Und dann habe ich eine Animation gemacht von Räumen, die auf dich zukommen und wieder weggehen und der Sound bewegt dann mit und ich habe tatsächlich geschafft, das war einer meiner Abschlussprojekte, ich habe tatsächlich geschafft, dass der, mein Professor, der das dann begutachten musste, stand in diesem Raum und ihm wurde es übel, dass der Raum ging und das ist natürlich, damals war das natürlich, wow, Raum, der bewegt und dann war der Sound und dann habe ich einfach den Raum und den Sound in die andere Richtung gedreht und der wurde total ohnmächtig geschafft. Ja, aber natürlich, um auf die Frage die richtige Antwort Anschluss zu geben, ist, dass ich natürlich diese ganze Soundwelt hatte, keine Ahnung, schon, weil natürlich musikalischer Hintergrund, aber wie das dann funktioniert, wusste ich nicht und im gleichen Gebäude war Musiktechnologie und ich hatte einen Freund, der hat das studiert und dann habe ich ihm gefragt, ey, kannst du mich helfen und eigentlich konnte er nicht genau das machen, was ich wollte, dann bin ich langsam über seinen Schultern mitgeguckt und irgendwann habe ich das alles selber ganz schnell, weil Rechner halt und Musik und dann wurde mir das so, das hat mir so einen Spaß gemacht, dann bin ich hängen geblieben. Womit hast du dann die ersten Sachen produziert? Mit welchem Programm oder mit welcher Hardware? Ja, das ist ganz lustig, ähm, also in der Schule waren es fast alle Macs, aber die ganz, ganz Alten und der Lehrer äh, von Musiktechnologie hat tatsächlich, was es heute immer noch gibt, das heißt heute immer noch Macs, der hat das erfunden und, äh, das war damals schon, äh, Macs gab es damals schon und, äh, da waren auch die Jungs und Mädels, die in dieses Studium gegangen sind, haben diesen ganzen DOS und Plugins damals schon angefangen zu programmieren. Äh, dann hat Macs einen ganz großen Dip gehabt und kam dann so Mitte 2000 wieder zurück und jetzt ist es ja bei, bei Live mit intrigiert, ne, das ist halt, und, äh, das hat aber da stattgefunden, ich hab damals auf ein Atari SD 1000, 5, 1024, ja genau, SDFM, Atari, mit MIDI-Integration und, äh, Cubase. Mhm. Ja, okay. Wie ist es damals Cubase? Nee, es ist Track 24, sorry. Ah, okay, verstehe. Das waren aber rein musikalische Sachen, also noch ohne Textkomposition und so weiter. Es waren noch nicht mal musikalische Sachen, es waren eher so Soundgewände und, ne, da hat es angefangen zu einfach mal Sounds generieren und, ähm, ja. Mhm. Ja, genau. Und, also ich hab bei Discogs ein bisschen Recherche betrieben und da findet man 1991 von dir was unter dem Namen Joe hat. Ho, 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 ähm. Krass. Und das erste Release hieß Going Greater, glaube ich. Going Greater, ja. Greater, ja genau, richtig. Alter, das ist ja lange her. Erzähl mal was dazu. Ja, das war ja schon richtige Musik. Ja, ja. War das schon 91? Ja, das, da muss ich leider, also sag ich jetzt schon mal direkt vorweg für alle Hörer, auch, also es kann echt gut sein, dass ich so Zeitachsen komplett durcheinander schmeiß, weil ich hab eigentlich, ganz ehrlich, ich bin so oft umgezogen und hab so viel schon gemacht, dass, ne, es kann gut sein, ich mein, das ist auch sehr, sehr lange her. und es kann auch, dann ist wahrscheinlich das Studium doch früher gewesen als 91. Ja, du hast recht, genau. Na, wir nageln dich nicht drauf fest, ich hab das alles strukturiert, mal gucken, wir kriegen das hin. Also, Going Greater, ähm, lustig, äh, einer meiner besten Freunde, immer noch, mit denen ich das gleiche Studium gemacht habe, er war sogar eine, eine Jahrgang vor mich, vor mir, und, ähm, hat mich auch sehr inspiriert in meinem Leben, ähm, ich war in einer Zeit, wo, wo ich ihn kennengelernt habe, wo ich komplett keine Ahnung hatte, was ich machen wollte, ich war komplett ziellos, und der war das Gegenteil, und, äh, war ein Kämpfer, und war auch der Erste in seiner ganze Familie, und ich rede zurück, bis sein Großvater, der richtig ein Studium geschafft hat, und das war ein richtiger Arschbeißer, sag ich jetzt mal, und, äh, der hat mich total motiviert, und wir sind dann zusammen in dieses Studium gegangen, und ein anderer Freund, haben wir dieses Projekt gegründet, während des Studiums, und, äh, hatten dann einfach, äh, ja, Musik gemacht, und sind ins Studio gegangen, und das war tatsächlich so, in der Zeit, wo man schon angefangen hat, äh, mit Samples zu arbeiten, äh, und wo man auch schon, äh, Tape, also Bandaufnahmegeräte mit, mit, mit Sequenzers verbinden konnte, aber es war, es war, im Vergleich mit heute, es war, richtig viel Arbeit, wir haben drei Wochen im Studio für einen Track gebraucht, locker. Was, was war da eure Inspiration, oder habt ihr einfach drauf losgespielt? Ja, also Inspiration ist doch oft für Musiker und Künstler generell, das, was gerade so passiert, so, und man will dann auch sowas machen, weil das ist mir einfach geil, und, äh, ja, das war schon so der, es war jetzt kein Haus, aber es war schon der, der ist, der Technotronic-Zeit so ein bisschen so. Es war kein Haus, aber es war schon Dance-Music und mit, mit Loops und dies und das und es war schon geil. Es war jetzt kein Hit, aber lustigerweise ist, der B-Seite von, von Going Redder, haben wir mehr Geld verdient als mit Going Redder, weil der unglaublich viel Kopplung, äh, geschafft hat. Ah, okay, verstehe. Geil. Wie kam das eigentlich, dass damals da in den Niederlanden, was diese Art von Musik anging, so ein, so ein, so ein Nährboden war? Es gab einfach wahnsinnig viele Künstler, die in der Zeit, Ende der 80er, Anfang der 90er vor allen Dingen, dieses Genre so bedient und auch dominiert haben. Wie kam das? Ja, Ich denke, ja, wie kam das? Gute Frage. Ja, ich meine, unsere Clubkultur ist natürlich schon, war schon sehr lange, sehr stabil und, ähm, oh, sorry, mach ich mal aus. Unsere Clubkultur war auf jeden Fall sehr stabil, auch schon viel länger da und unsere Verbindnisse mit zum Beispiel Belgier, die auch sehr viel in der, sag ich jetzt mal, elektronischen Musik, äh, äh, mit beigetragen haben. Wir sind natürlich dann auch nicht so weit weg von England, sag ich jetzt mal und, äh, kriegen natürlich auch diesen ganzen Fernseher. Bei mir zu Hause hat zum Beispiel alle englische Kanäle auch gehabt. Ich glaube, das spielt schon mit, ähm, es ist generell so in Holland, das ist sehr, äh, kulturell offen. Es kommen ganz viele Strömungen von anderen Kulturen rein, die wir gerne mitnehmen und dann, ja, ich denke mal dann, das spielt dann doch schon auf dich ein, denke ich mal. aber es ist, es ist bis heute so in Dance Music, vor allem elektronische Dance Musik, sei es jetzt harte EDM oder äh, softere EDM, es wird fast von allem, fast zum 70% von Holländer regiert. Ähm, ein Jahr später hast du dann, äh, ein anderes Projekt gehabt, New Concept nämlich. Das ist ein Jahr später? 92 kam da zumindest das erste Release raus, das war dieses What's Mine und What's Yours. Und, äh, einer von den Leuten, die dabei waren neben dir, ist auch jemand gewesen, den man dann später auf jeden Fall als Papa Bär auch kennengelernt hat, ne? Genau. Wie kam dieses, dieses Projekt zustande, wie habt ihr beiden euch auch kennengelernt? Wow, aber jetzt muss ich richtig nachdenken. Boah. Ich hab gesagt, ich hab immer rausgekommen. Ja, krass, also ich bin ziemlich beeindruckt. Ähm, also New Concept war, es gab dann auf einmal so eine Welle aus England, das hieß Jazz Dance oder Acid Jazz, genau. Und, äh, ja, das fand ich mega, weil Jazz war schon immer mein, eine meiner großen Passions, Passionin. Und, äh, ich fand das mega, diese Kombination aus Dance Musik und Break Grooves und Jazz. Und, äh, ich hab dann so einen Titel gemacht und hab den an einem Label vorgespielt und das Label fand das komplett scheiße. Ich dachte, boah, was ist das für ein Müll, damit kann ich nichts anfangen. Lustigerweise war da im Flur, also ich muss es so sehen, das war ein Empfang und dann waren mehrere Räume mit E&A und wie das so bei einem Label ist. Und, äh, beim Empfang war ein anderer Typ, der hieß Bo, DJ Bo. Bo von Gils. Richtig. Und, äh, der hatte sein eigenes Label und der sagt immer, was hast du denn denn vorgestellt? Weil ich kam raus ziemlich verärgert und ich hab den auch so ein bisschen angepöbelt, so von, ihr habt doch eh keine Ahnung, ihr Wichser, die Stars, hast du nicht gesehen? Darf man, äh, okay. Und, äh, der, äh, der so, warum regst du, was regst du dich so auf? Ich sag, du, ich hab hier was ganz Geiles und die Idioten hören es natürlich wieder mal nicht. und, äh, ich war schon immer leicht anarchistisch und der so, ja, was hast du denn dann? Ich sag, ja, ich bin gerade so in diesem Jazzdance, Asset Jazz-Five. Und er so, oh, geil, kannst du das mal mal zeigen? Dann sind wir in den Mastering-Raum gelaufen, wo übrigens auch ein Freund, der damals noch kein Freund war, aber dann Freund wurde, äh, gearbeitet hat. Und dann hab ich gefragt, ey, ich kann dich das mal kurz vorspielen? Hab ich vorgespielt und gesagt, oh, das finde ich voll geil. Dann lass mir es doch auf mein Label rausbringen. Und Bo war ja der Partner von June. Als Blackmail. Genau, Blackmail und, und viele andere Sachen noch. Und die hatten das Label zusammen und so haben wir uns kennengelernt. Und, ähm, wir haben aus dieser Song einen neuen Song gemacht, der natürlich ein bisschen anders wurde und das wurde dann New Concept. Deswegen auch der Name, weil es eigentlich das originale Konzept erneuert wurde und dann kam June dazu und, ja, es war halt so halt. Äh, was haben June und Bo denn noch für Sachen gemacht, über die man sprechen kann? Alter, was haben die nicht gemacht? Die haben schon sehr viel gemacht. Ähm, die hatten, äh, Blackmail hatten die, genau. Dann hatten die, boah, was hatten die denn noch? Haben die nicht auch die erste Version von Hardcore Vibes gemacht? Richtig. Was hinterher Dune dann bekannt gemacht haben? Absolut. Wie kam das zustande? Das habe ich nicht rausfinden können. Das kam eigentlich von, äh, Richard. Richard war so ein Produzent aus, na, nah am Eindhoven, ungefähr, so in der Gegend und, äh, der war schon immer ziemlich brachial mit seiner Sache. Und, äh, die haben dann dieses Hardcore Vibes, weil Hardcore Vibes ist ja ein Sample letztendlich. Und die haben diese Version gemacht mit Hardcore Vibes und das hat dann Underground ziemlich gut funktioniert, vor allem auch im Club. Und dann hat June das natürlich aufgepickt, jetzt June mit D, äh, und, äh, haben das dann kommerziell groß gemacht. Aber das stimmt, die waren, die waren, die waren zuerst. War June, also mit J, auch bei, äh, Technotronic involviert oder war das nur seine Schwester, Daisy, die? Das war seine Schwester, genau. Ähm, er war schon involviert, weil wo sie war, war er eigentlich auch nicht, jetzt nicht zum 100%, aber die waren eigentlich vor allem in der Zeit unzertrennlich. Die haben eigentlich alles fast so zusammengebastelt. Und, äh, genau Technotronic und wer auch da ganz viel mitgespielt hat in der Zeit, vor allem in unserem Kreise, war vielleicht bekannt für viele auch, äh, die ein bisschen mehr in die Musikindustrie mit, äh, mitdenken können, ist der Ramon Zenka. Mhm. Der hat damals dieses Projekt, ah, wie hieß das nochmal? Die hatten diesen Who is Elvis und, äh, Dildo und die waren ziemlich erfolgreich auch. Ich weiß nicht mehr, wie das Projekt hieß. Aber nicht erotisch? Nein. Ich warte, aber ich google das kurz. Ähm, das Lustige ist, June hat tatsächlich sehr viel, äh, mit, mitgemacht, mit, mit ganz vielen anderen Projekten, wo man, wo man ihn gar nicht erwartet hätte, zum Beispiel auch Two Unlimited. Mhm. Äh, und ich dann später natürlich auch. Ähm, ja, Who is Elvis war nochmal, boah, ne, ich finde es nicht, egal, aber das war ein, ah doch, ja, Phänomania. Ah, ja, ist auch für mich auch sehr lange her, aber es klingelt noch sehr. Aber es war auf jeden Fall, das war, das war, das war extrem verneuernd für die ganze Industrie, das war so, wow, was ist denn das so? Die Kreise, also das war schon die Ecke, weil, weil, weil June und Bo und auch Daisy und diesen ganzen Clique, das war so in der Ecke von den Niederlanden, jetzt nicht mehr in Holland, wir sind jetzt in Limburg und das ist so, da kommt Belgien und Deutschland und Niederlande zusammen. In Dreiländereck. Maastricht, Ruhrmund, Aachen und, ja, die Phänomania-Jungs, die kamen tatsächlich aus, aus der Ecke, ich glaube, Ecke Krefeld oder sowas und da ging dann auf einmal ganz schnell in alle Richtungen, weil auf einmal genau das Dreiländepunkt war, glaube ich, sehr wichtig. Was war June für ein Typ? Also, wenn man das alles liest, was er so gemacht hat, damals schon und später auch, man kann sich gar nicht vorstellen, dass ein Mensch alleine sowas alles irgendwie geschafft hat, also erzähl mal ein bisschen über ihn, was für Talente er hatte. Junes Talent, ja, also es gibt viele Wege, das erklären zu können, aber was June vor allem sehr gut kann und konnte, ist Songs schreiben, also Texte und, und, und sogar auch Melodien. Melodien waren nicht immer on point, sage ich jetzt mal, aber seine Texte waren, der Typ konnte Texte schreiben wie fließendes Wasser. Der hat einfach, ich habe ihn noch nie erlebt, wo er dachte, boah, was sage ich jetzt so. Der hat immer, das ist einfach so, wie er auch ist als Typ, der war einfach immer spruchbereit und deswegen war er sehr, sehr gewollt, weil du hast ihm in eine Session geholt und es wurde dann zwei, drei Stunden fertig, so der Typ, unnormal, bis heute. Kann er bis heute und vor allen Dingen habt ihr dann angefangen auch weiter miteinander zu arbeiten, bei New Concept, aber dann auch bei Rickdick zum Beispiel. Boah, Bombastik, Bombastik, genau, richtig. Also, aus dieser Bekanntschaft, die dann über Bo Zustande kam, ist dann auch wirklich eine Zusammenarbeit geworden. Genau, also wir haben uns, ich sage jetzt, was ganz komisch ist und ziemlich persönlich ist, aber ich habe mich schon immer gut verstanden, komischerweise, ich weiß nicht, wo es herkommt, aber mit Stieren. Ich weiß nicht, was das ist, aber ich habe schon immer gemerkt, Leute, mit denen ich sehr gut befreundet bin, sind entweder Wassermänner oder Stieren. Das ist ganz komisch, ich weiß nicht, was das ist. Und er war Stier, wir haben uns direkt verstanden. Und einfach auch, es war schon so, wir haben teilweise über Sachen gelacht und Leute haben geguckt, so, was ist denn los mit denen? Und wir waren die einzigen beiden im Raum, die sich komplett die Hose gewässert hätten vom Lachen und keiner wusste, warum. Das hat einfach schon immer, das war schon immer so, das ist bis heute so. Ich kann im Jetzt sehen und dann, ohne was zu sagen, fangen wir an zu lachen, weil wir natürlich auch eine riesige Geschichte haben. und es ist halt so, wir waren von Anfang an war das, hat das gefunkt. Hast du dann von ihm auch ein bisschen das mit dem Texten gelernt? Nee. Nee? Okay. Beziehungsweise, das ist jetzt respektlos zu sagen, nee, aber wir waren nie auf einem gleichen Weg. Er ist ganz anders als ich unterwegs und das war auch der Grund, warum wir so gut zusammengewirkt haben, weil seine Arttexten ist ganz anders als meine Arttexten. Er ist eher Umgangssprachler, schnellgriffige, ich sag dir, wie es geht, läuft so blablabla Texte und ich bin dann doch eher so ein bisschen mehr so der blumigere Typ, sag ich jetzt mal, ganz dumm. Aber bei mir muss es schon irgendwie, ich brauche was, was Spezielles, er braucht sich nur ausdrücken. Okay. Okay, verstehe. Wann ging das denn bei dir mit dem Texten los? Also wir sind jetzt ja ungefähr Bombastik im Jahr 95. Hast du zu der Zeit schon auch selber, ja, okay. Wie fing das an, dass du nicht nur Musik, sondern eben auch Texte gemacht hast? Ja, weil ich eigentlich natürlich später auch erfahren, ich bin ja eigentlich Schlagzeuger. Das heißt, Timing war schon immer mein Ding. Und ich habe eine, wahrscheinlich auch der Grund, warum ich so viel, und gerne mit Rechner immer, ich bin sehr metrisch. Und alles, was mit Metrik zu tun hat, fasziniert mich zu Tote. Und ich habe irgendwann gemerkt, das mit Wörtern und dieses Timing, das ist geil. Und ich glaube, das ist es. Und ich bin natürlich Sänger, um es auch was zu sagen haben, du kannst ja nicht nur la 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 singen. Und ich glaube, diese Kombination aus Metrik und Timing und Gesang, das ist mit Texten, das ist verdammt filigran. Aber du hast dann auch erst mal nur für deine eigenen Projekte getextet und gesungen und geschrieben. Du hast vorhin jetzt schon Two Unlimited kurz angesprochen und dein Involvement und das von June. Kannst du da noch was zu sagen? Ja, also erstens ist der Ray schon seit sehr vielen Jahren einer meiner besten Freunde so wie June. Ray sehe ich öfter, weil er noch immer unnormal viel auftretet mit Two Unlimited und sehr oft sind wir in der gleichen Gegend und dann sehen wir uns. Das freut mich total. Ich habe in den Anfangszeiten von Two Unlimited nichts mit beigetragen, weil ich damals auf einem ganz anderen Film war und fand diese Musik damals richtig albern. Mittlerweile feiere ich es zu Tote und später fand ich es auch, also Anfang 2000 war das genau das, wo ich dachte, boah ey, wo ist diese geile Musik hin? Aber damals fand ich es überhaupt nicht cool. Und June schon und deswegen, June war Texten, hat auch diese Twilight Zone Top Line und Text geschrieben zum Beispiel, nicht die Raps, aber diese Hook Line. Ich bin dann, weil mit Ray sehr gut befreundet, sehr lange, Anfang 2000 kamen Ray und Anita wieder zusammen, nach locker 15 Jahren. Das erste Mal, dass die beide wieder zusammen waren, weil die waren verkriegt und dies und das und Label und Management und Produzenten, die haben sich alle nicht vertragen und 2006, sieben, ich weiß nicht mehr ganz genau, kamen die wieder zusammen. Aber nicht mit den Produzenten, die konnten, das ging einfach nicht, das war kaputt. Und dann hatte Ray mir erst mal als Freund, hey, hättest du und ich so, kann ich mir schon vorstellen. Damals war ich in Hannover und dann haben wir Sessions gemacht und dann das allererste, allererste Comeback-Single von die beide habe ich dann produziert. Ah, okay. Ja. Und das war ziemlich erfolgreich, das hatten wir auch gar nicht erwartet, aber es war auf jeden Fall nice. Aber Tone Limited eher freundschaftlich weniger mitgearbeitet, aber schon. Okay. Okay, dann erst noch die Frage, Toni und Bülent, und was waren die beiden für Typen? Möchte ich, da möchte ich nicht zu viel über sagen. Okay. Beziehungsweise, ich sage ein bisschen was, aber das ist für mich jetzt nicht die schönste Zeit meines Lebens. Schon sehr viel geschafft und sehr viel gelernt, aber auch Sachen, die mir bis heute als negativ für mich selber sind. Bülow, eigentlich ein sehr herzlicher Mensch. Ein sehr guter Ton-Ingenieur. Auch Schlagzeuger und Sänger übrigens. Nicht so ein begnadeter Musiker persönlich, finde ich. Aber ich glaube, einer der beste Mixer in der Zeit. Er hat einen Sound hingeballert, da sind alle ich glaube, ein ganz großes Teil von Booyah war nicht nur die geilen Songs, aber auch der Sound und ein Großteil der knallende Sound, das ist das auf jeden Fall Bülow. Toni ist halt ein Songwriter mit ganz vielen geilen Ideen. Der ist ein klassischer Produzent. Kein Musikproduzent, aber Produzent. Er ist einer, der kommt rein, sagt, ich habe eine geile Idee, ich kenne diesen Künstler, ich denke, der braucht einen Song wie das und geht dann wieder weg und kommt dann, wenn der halbe Song steht, kommt er rein und sagt, nee, das ist nicht gut, mach mal das und ich habe hier eine Idee von Text, sag mal das und dann geht er wieder weg. Das macht er richtig gut, aber das ist, was er macht. Die beide waren zusammen ein gutes Team, aber die beide waren zusammen als Team auch nicht viel besser als Fun Fact, wie sage ich jetzt mal. Das haben die gut geschafft. Alles, was danach kam, waren die beide und noch drei andere Leute. Davon war ich einer. Und das, was mich am Ende Effekt an die ganze Konstellation gestört hat, ist, dass die beide es niemals zugeben konnte, bis heute, dass dieser Erfolg von fünf Leuten gemacht wurde und nicht nur von die beiden. Deswegen war ich auch der Erste, der abgehauen ist, weil dann gab es beim zweiten Echo-Nominierung gab es eine Rede von den beiden und die haben alle Künstler bedankt, aber keiner der andere Produzenten und Songwriter. Und dann habe ich nach der Verleihung in der Afterparty den beiden gesagt, ab morgen bin ich übrigens raus. Dann bin ich abgehauen. So viel zum Thema Booyah, bitte. Beziehungsweise Toni und Bülow. Okay, kannst du das Handy vielleicht auf die andere Seite legen? Nein, gerne. Weil ich weiß nicht, immer nicht genau, ob die Dings da, die strahlen, irgendwas machen. Kann ich auch gerne rausrechnen machen, wenn es ein Problem ist. Okay. Aber das kostet dann, ne? Nee. Okay, dann aber jetzt zu der Backstreet Boys Sache. Du erzählst es einfach so nonchalant daher, aber ich meine gut, die Backstreet Boys waren zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so riesengroß, wie sie es danach dann wurden. Eben. Wie kamen diese Zusammenarbeiten mit Backstreet Boys und NSYNC zustande? Also Backstreet Boys kam über Toni. Ich werde es nie vergessen, kam zurück von einem Fun Factory Tour irgendwo, ich glaube Asien, bin mir nicht mehr so sicher. Und da erzählte er von diesen Jungs und hat mit dem Manager gesprochen und dann ging er wieder auf Tour und da waren sie wieder da und da hat er den Manager angesprochen und sagt, ey, wenn ihr nochmal einen Song sucht, ich habe einen Megasong für den Typen. Hatte er natürlich nicht. Dann kam er zurück und sagte, wir brauchen unbedingt jetzt einen Killersong. Dann hat er, hatte schon einen ganz großen Teil dieser Idee im Kopf, weil das ist echt, also muss ich echt immer noch bis heute ehrlich sein, Toni war schon ein Visionär, auch wenn er jetzt nicht alle Mitteln hat oder hatte, das alleine zustande zu bringen, aber dass er auf jeden Fall sehr viele geile Ideen hatte und wie man das auch umsetzen konnte, darin war er immer sehr gut und da hatte er die Idee für Get Down. Dann haben, dann hat Bülow das musikalisch so ein bisschen umgesetzt und dann kam Jun und ich dazu und haben das dann so ein bisschen den Swag gegeben, die es noch brauchte. Aber im Grunde genommen ging das ganz schnell und ja, ich meine dann ein Song mit Backstreet Boys, dann war natürlich NSYNC, gleiche Management, gleiches Label, war ja klar, dass das dann auf jeden Fall dann auch zu uns gekommen ist. Natürlich schon wieder mit Infosierung von Toni, ganz weit vorne immer. Der holte sozusagen immer, Toni war so der Köder auch, der hat immer die Sachen reingeholt, das konnte er richtig gut, der Typ bis heute, der kann reden wie ein König. Ja, so ist das eigentlich gelaufen, das ging auch richtig schnell und dann kam auf einmal Marky Mark und wir so, okay, müssen wir auch machen. Sind die Bands denn auch bei euch gewesen oder wart ihr bei denen? Okay, also die Backstreet Boys und NSYNC waren dann mit euch im Studio und haben das? die waren eher am Anfang nur in Europa. Ja, die Sachen waren in Europa sehr erfolgreich. Dennis Pop, Max Martin, Hamburg. Dennis Pop, Max Martin, Hamburg, Booyah, hin und her, die ganze Zeit. Das war schon lustig. Wie waren die Jungs damals so drauf? Ja, ganz grün und lieb. Dann irgendwann ging es natürlich durch die Decke, dann waren die immer noch ganz cool, aber schon anders. Nicht mehr so grün, ja. Eben. Und vor allem im Umfeld hier mit, wie heißt er nochmal? Lou Perman? Genau, das hat glaube ich nicht so geholfen mit deren ganzen Mines, sag ich jetzt mal. Ja, verstehe. Das war schon heute, glaube ich. So, als dritter im Bunde dann Marky Mark, der vorher auch schon was mit Alex Christensen gemacht hatte, glaube ich, oder? Genau, auch ein sehr guter Freund bis heute. Richtig. Ja, das kam dann irgendwie auch so auf den Tisch. Ich war dann wieder in Holland, kam zurück, ja Marky Mark, oh cool. Dann haben wir zwei Songs für den gemacht. Erst Hey DJ, da habe ich dann bei Hey DJ habe ich dann gesungen und mit getoplined und bei Feel the Vibe habe ich auch Teils des Productions dann übernommen. Ja, mit Marky war toll, weil dann ging es auf einmal los und dann musste ich auf einmal nach LA fliegen, um ein Video zu drehen. Das war eine ganz komische Geschichte. Weil, ja, sagte Marky und Management Team, wir haben dich zwar einfliegen lassen, weil du in Europa zwar schon ein ziemlich bekannter Sänger bist, auch dies, links, rechts, aber ja, hier für Amerika wird das nicht funktionieren. Wir nehmen dich mit im Video, du kannst ein paar Mal deinen Lines Playbacken, aber wir machen auch nochmal mit einem farbigen oder mit einem schwarzen Typ, damit die Amis, weil du klingst halt nicht so und das funktioniert hier nicht, wenn sie einen Weißer sehen, dann denken die Meli Finilli und dies, das und das fand ich total komisch. Was ist das für ein Theater? gar nicht verstanden. Das war eine ganz komische Geschichte für mich. Dann war ich drei Tage in LA, hab nur Hotel Videodreh gesehen und dann kam auch nur diese komische Geschichte mit, ja, jemand Playbackt eigentlich genau das, wo die für sagen, wir wollen das nicht, weil Meli Finilli machen die genau das, Meli Finilli, weil der Typ hat nichts gesungen. So, das war alles nur ich und das fand ich, das hat mich bis heute so verwirrt, warum, egal. Dann kam er wieder nach Europa und dann haben wir uns länger auf jeden Fall noch auf Shows und dies unterstützt, weil in Europa hat er es dann schon nur mit mir gemacht und wir waren dann auch ziemlich lang, jetzt nicht befreundet, aber Bekannten so und ja. Hat er denn dann eigentlich die Sachen nur gesungen oder hat er auch am Songwriting oder an den Melodien und so mitgearbeitet? Nee, aber er hat auf jeden Fall die Raps geschrieben, also seine Raps, die hat er selber geschrieben oder mit seinen Leuten, das weiß man ja nie, aber das ist jetzt auch nicht relevant, glaube ich, aber die Rap-Teile kamen immer von ihm und die Hooklines und die Produktionen kamen von uns. Das ist jetzt eher so Ende 96 gewesen, da gab es dann Booyah Music schon. Ich glaube, ja. Du hast gerade schon gesagt, Tony eben jemand, der gute Visionen hat, gut so Sachen noch ausformulieren konnte. Hatte er oder hattet ihr, hatten die mit Booyah dann eben auch so eine klare Vision schon, die man mit den Künstlern und Produzenten geteilt hat? Von außen wirkte das schon. Also mit Teilen war nichts bei Booyah, nein, Scherz. Ja, Vision hatten die auf jeden Fall, vor allem Tony. Wie gesagt, nach wie vor würde ich immer, das werde ich auch immer behaupten, das Herz von Booyah war Tony, weil es war seine Vision, und er wollte unbedingt die europäische Bad Boy sein. Ja, das steht hier auch. Ja, und das ist ihm auch ziemlich gut gelungen, muss ich sagen. Und ich sage mal ganz ehrlich, ich will jetzt keinen Disrespekt zeigen, aber das ist bis heute das erfolgreichste Produzenten, Künstler, Clique, die es je gab. Ist einfach so. Es hat keiner bis jetzt übertroffen. Kein Kapis, kein Nichts. Das, was wir damals geschaffen haben, das hat keiner übertroffen bis jetzt. Ist einfach so. Du hast eben gesagt, es waren nicht nur zwei, sondern es waren auch, es waren fünf Leute am Ende. Du warst einer davon. Richtig. Rookie war auch einer davon, nehme ich an. Erzählst du mal vielleicht etwas über ihn. Rookie, Killer, Killer Typ. Also, wenn einer Talent hat, um irgendwas zu machen, wo er Bock drauf hat, dann ist er es. Also, das ist schon so ein Typ wie ich, der einfach sagt, ich habe heute Bock, ach, weißt du was, ich will jetzt mal Grafiker werden. Eine Woche später ist er Grafiker, hat eine ganze Firma geöffnet, dies, das. Ach, weißt du was, ich glaube, ich werde jetzt mal Apps bauen. Eine Woche später baut er Apps, hat eine Firma. Der Typ ist einfach, wo er Bock drauf hat, das kann er. Der ist überkrass. Bis heute sehr gut befreundet mit ihm, der wohnt ja auch in Berlin. Du, Rookie war sehr wichtig für Buja. Vor allem, weil Rookie und ich und Jun uns sehr gut verstanden haben und wir haben ganz viele Sachen, die dann später rauskamen, einfach zu dritt geschaffen. Nebenan. Wir hatten ein eigenes kleinen Studioraum, sagen wir jetzt mal, das ist jetzt Bülos und dann die kleinere drumherum war dann ich und Rookie. Und wir haben ganz viele Sachen einfach vorproduziert und vorgelegt und Toplines und Hooks und dann ging es ins große Studio, wurden nochmal ein paar Kicks geändert oder nochmal ein paar Chords geändert und dann kamen die Künstler darauf und tschüss. Rookie hat dafür gesorgt, dass diese Brücke zwischen das große Studio und die kleinere Studios einfacher war, weil er auch Türke ist und Bülow auch und die haben natürlich dann ein anderes Verständnis gehabt. Das hat man schon gemerkt. und auch weil der Vater von Rookie Vater von Rookie war, ich sag jetzt mal, war ein guter Freund von der Vater von Bülow oder ein guter Freund von Bülow, ich weiß nicht mehr genau, aber irgend sowas war. das heißt, hierarchisch war Bülow unter der Vater von Rookie und das hat der Verhältnis in Buja eine ganz andere Dynamik verpasst, was sehr gut war und das daneben der unglaublichen Fähigkeiten von Rookie, weil ein Übertalent bis heute verstehe ich nicht, warum er aufgehört hat, Musik zu machen. Ich denke einfach, weil natürlich Familie und Druck von Familie seine, jetzt nicht seine Frau und Kinder, aber der anderen Seite der Familie um natürlich Geschäft und dies und das, das war dann in der Periode, wo die Musikbranche so abgestürzt ist, für ganz viele war das sehr schwierig, für mich auch, aber ich bin trotzdem weitergegangen. So, und der fünfte im Bunde dann war June? Richtig. Okay. Wenn ihr dann diese Sachen vorproduziert habt, sind die dann einfach in einen großen Pool gegangen oder habt ihr schon so von Projekt zu Projekt gearbeitet? Genau, wir haben schon. Und vor allem das Geile war auch, Toni war öfters bei uns als im großen Studio, weil der hat einfach gemerkt, okay, da kommt viel mehr raus und der hatte Ideen bis Weihnachten und der wollte, der ist immer bei uns gekommen, hat dann Ideen gespuckt und mit June hin und her und dann ich wieder Top Lines und dann mach mal diesen Beat, hör nochmal den Song und dann ging er zu Rookie. Eigentlich war das so, das Creative Herz war eigentlich die kleinere Räume und das große Studio, sag ich jetzt mal, war einfach nur der Fertigmacher. Okay, verstehe. 97 habt ihr dann am Papa Bear Album gearbeitet beziehungsweise an Cherish. Das war die erste Single quasi basierend auf dem Cool and the Gang Song. Was war der Grund dafür, dass ihr gesagt habt, okay, wir nehmen jetzt den Song? Okay. Toni hat mal gesagt, ey, wir wollten das damals schon mit Fun Tractory mal coveren, aber wir hatten keinen guten Sänger. Dies, das, links, rechts, das wäre doch geil, um das mal mit Papa, lass uns das doch mal machen und dann suchen wir einen geilen Künstler. Dann haben wir es erst mit Nana versucht, so wie ich mir das erinnere. Das hat nicht so funktioniert, weil das dann doch ein ganz anderer Vibe ist. Nana ist eher dark und dunkel und Cherish ist halt fröhlich und bölig. Und dann hat June gesagt, ja, wäre doch geil, wenn man das so wie Biggie so auf I love her when they call me big papa so ein bisschen ha ha, fickt euch alle, so weißt du, diesen Vibe. Und das war genau richtig. Der hat das einfach verstanden, und hat dann einfach diesen Song darauf geschrieben, diesen Rap-Lyrics. Und dann waren alle so, scheiße, ist das geil. Wir haben einfach ein schnulziger, richtig schnulziger Ballade, Pop-Ballade, einfach so viel Swag verpasst, nur weil diese Rap-Lines und der Flow hat es einfach komplett gedreht. Und dann wurde es klar, okay, das ist ganz geil, geiles, geiles Prinzip. Prinzip, sagst du jetzt schon. Ihr habt es ja nicht nur einmal gemacht. Nee. Also, das war schon auch mit einkalkuliert, dieses, das ist ein Song, den gibt es schon, wir brechen den sozusagen und wir brechen den und bringen noch ein bisschen Rap und Swag mit rein und dann wird das schon anderen Leuten auch gefallen, die man vorher vielleicht nicht abgeholt hat. Genau. Ja. Ich glaube, jedes Zeitalter hat so eine Zeit. Und das ist, ja, das, also ich nenne das, das Auge in einen Wirbelsturm ist immer in der Mitte. Und so in der, in der Zeit zwischen sechs und, und, und zehn, sag ich jetzt mal, ist Wirbel, das Auge sehr stark und dann, dann verschwächt ist und dann muss man halt, das, ich weiß nicht, wie heißt Debris auf Deutsch? Debris, also die Sachen, die rumliegen, die, das ganze, Gerümpel? Gerümpel, genau, da muss man halt das ganze Gerümpel nehmen und neue Sachen bauen. Und, das, das ist halt so, der Zeit, war genau der Zeit, wo man gemerkt hat, okay, wir können jetzt nicht was Neues anfangen, aber wir können auch nicht auf die neue Welle rumreiten, deswegen müssen wir jetzt irgendwas machen aus dem, was es gibt. Wir haben ja am Anfang schon mal darüber gesprochen, was so deine Inspiration war und du hast dann gesagt, das, was man halt gerade so hört, man will es dann auch so machen und dann entsteht daraus was Eigenes. Was war denn dann zu der Zeit so deine musikalischen Vorbilder? Puh, das ist ja was ganz anderes als die Sachen, die du dann 1991, 1992 gemacht hast, würde ich sagen. absolut. Also gab es amerikanische Produzenten, von denen du sagst, zu denen habe ich aufgeschaut? oder? Also wir haben bei Buja schon Sachen gemacht, die wir selber auch gefeiert haben. Wir haben es nicht immer für 100 Prozent umsetzen können, weil ENAs und Labels immer sehr, ja, ist für Deutschland, ist zwar geil, Puffy, aber mach doch mal Puffy für Arme, ist leider der Standardspruch im Musikgame. Beyonce aber für Arme. Und wir haben damals tatsächlich, also auch ich, also Biggie, Bad Boy, Dre, äh, Drake, sorry, äh, nehm die Drake, Dre, doch ich war richtig, Dre, selber ein großer Brian McKnight-Fan, Boyz the Man, so, sehr viel R&B gehört auch. New Jack Swing. Ja, New Jack, aber das war schon noch wieder, New Jack war dann schon alt. Stimmt, ja. In Deutschland nicht, das stimmt, aber für uns, also für uns Holländer war, ein alter Hut, ja, also eigentlich, 91 war New Jack schon fast tot. Okay. Und, äh, na, stimmt nicht ganz. Egal, also ungefähr so 93, war New Jack auf dem Weg raus. Und das hast du auch gemerkt, weil dann war auf einmal Backstreet Boys und NSYNC und so, das war New Jack für, für die neue Welle sozusagen. für alle. Und, äh, ja, das, also, ich war schon eher amerikanisch affiniert, sag ich jetzt mal, äh, sehr viel R&B, Hip-Hop, ähm, war aber auch, bis heute, sehr Jazz-minded und, ähm, das war aber ein Booyah, da gab's keinen Platz für. Mhm. Das war aber auch gay. Okay. Hat mich gestört. Ähm, habt ihr euch dann, habt ihr das alles selbst eingespielt? Habt ihr euch Musiker ins Studio geholt? Die Sachen klangen ja schon sehr dick und nicht alles nur am Computer irgendwie zusammengeklickt. Es waren schon auch viel echte Instrumente, hätte ich jetzt gesagt, wenn man die Sachen hört. Schon. Bei NSYNC, ja. Mhm. Bei, bei, bei alle anderen Sachen, ja, mal einen Gitarrenspieler oder, mal einen Bassisten, aber meistens doch, meistens doch alles aus der Dose. Okay. Ähm, würdest du sagen, dass es so einen Booyah-Trademark-Sound gab? Ja. Kann man, kannst du das umschreiben? Ja, das war auf jeden Fall der, der, der Bülow-Sound, der Snare zu laut und der Kick nicht laut genug. So, alles auf der KAH! Ganz harte Rim-Shots, ganz harte Claps. Es war sehr, die Stimme und Claps unter viel Hi-Hats, tausende Hi-Hats. Es war sehr, sehr Bülow. Und, aber das war es dann auch. Alles andere drumherum, so Kick-Patterns, Chords, Bass-Linie, das ist relativ, das kam von allen. Aber, wenn es im großen Studio ging, dann kam es auf jeden Fall mit lauten zwei und vier und brachial mittige Stimme. Ich glaube, das, das ist eigentlich das, was man am meisten daraus, alles andere ist, glaube ich, zu detailliert. Mich hat der Sound immer auch an 3P erinnert. 3P, mehr Bass, war ja auch immer der Slogan. Also nicht, dass ihr genauso klangt, aber Moses Pelham hat gesagt, genau das Gleiche, wenn man ihn fragt. Aber Moses Pelham in 3P war später. Das war später, ja, 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 Und, ja, aber bei, was ich, bei, bei der, der 3P-Sound fand ich, ähm, was die gemacht haben, finde ich, bis heute geil. Die haben genau das gemacht, wo du denkst, okay, die Amis machen das, gut, dann machen wir genau das Gegenteil. Die Amis nehmen irgendwelche knackigen, kurzen Snairs, dann nehmen wir irgendwie fluffigen, holzigen Snairs. Die haben immer genau das gemacht, wo du denkst, äh, das klingt aber gar nicht Ami-mäßig und das war sehr klug, fand ich. Das hat mich bis heute beeindruckt, dass die das einfach mit, die nicht gängige Sounds trotzdem den Sound gemacht haben. Das war echt nice. Ähm, bei Buja kam ja viel Rap raus, also, ja, Papa Bear, Nana, auch noch andere Sachen, Tony selbst, ähm, R'n'B eben auch, aber eben alles auf Englisch. Ähm, hast du dich dann in der Zeit 97, 98 rum auch für deutschsprachigen Rap interessiert? Null. Okay, gar nicht. Auch wenn in Hamburg natürlich so ein Epizentrum war, aber das war nichts. Nee, es war noch nicht so weit. Ja. Und mit allem Respekt, auch die deutschsprachige Rap, die damals richtig gut war, war eigentlich Ami. Weil Torch war, ist nun mal kein Deutscher. Auch wenn er hier geboren ist und groß geworden ist, aber seine Kultur ist nicht deutsch. Und, äh, das hat man auch gemerkt. Und dann kam hier diesen Ziebertwins, oder wie heißen die? Stiebertwins, ja. Stiebertwins, genau. Das fand ich schon swaggy, muss ich sagen. Das fand ich damals schon so, oh, okay, warte mal. Deutsch hat mich auch schon so abgeholt, aber ich muss auch ehrlich gestehen, damals habe ich noch gar nicht so richtig gut Deutsch verstanden oder gesprochen. Deswegen wahrscheinlich großteils der Grund, warum es mir damals null abgeholt hat, weil Deutsch für mich noch immer sehr überfordernd war damals. Boah, Deutsch, boah, ist zu viel Schisch, Schisch, Schisch und so, das ist alles so schnell und oh. Wir haben da bei Buja auch kaum Deutsch geredet, weil da waren eigentlich drei Deutscher, sondern ich und June und dann relativ viele Amis. Es war halt, wir haben nicht so viel Deutsch geredet, schon so untereinander, aber da war mein Deutsch noch sehr, sehr arm und das war da, dann kannst du Deutsch überhaupt gar nicht genießen, geht nicht. Aber Stiebertwins, warum fandst du das gut? Ja, weil die haben gefloat. Das waren die Ersten, die irgendwelche Timing-Tricks gemacht haben, wo du dachtest, oh, das ist ja fresh. Und das habe ich schon gemerkt. In der gleichen Zeit, mit allem Respekt, bis heute nie verstanden, sorry, nimm es mir nicht übel, aber Fanta 4 war für mich ein Witz. Ich habe gesagt, was sind das für Clowns? Das kann man noch nicht ernst nehmen. Die haben nur haha, hi hi ho, hibidibidiboh. Das war für mich völlig albern. Und das ist hart, ich weiß, und das will auch keiner hören, weil ich verstehe schon, kulturell sind das natürlich absolute Könige. Kommt auch immer darauf an, wie man fragt. Ich glaube, also ich meine, Dida war ja auch ein Witz, das war ein Witz in Songform. Ist es Dida oder Dida, diese Verwechslung, eine Komödie in drei Minuten. Für viele Leute, glaube ich, aus der deutschen Hip-Hop-Szene war das damals auch alles andere als real. Ich glaube, die Fanta haben sich dann erst im Laufe der Zeit wieder so ein bisschen Reputation und Kredibilität zurückgeholt, aber sind natürlich trotzdem immer so ein bisschen neben allen anderen gefahren. so. Ja, also für mich lyrisch sehr gut, im Retrospekt, aber trotzdem bleibt es für mich Clown-Rap, weil es immer nur Wortwitz war. Es war nie ein seriöses Thema für mich, es war nie ernsthafte Themen, oder es war immer nur haha, Wortwitz, haha, in Holland nennt man das Unterhose-Humor. Mhm, okay. Was war denn, okay, du hast gesagt, Stieber-Twins, fand ich irgendwie, das hatte Swag, aber erinnerst du dich an irgendwas, an einen deutschsprachigen Rap, wo du gesagt hast, okay, das hat mich richtig abgeholt? Das allererste, was mich richtig abgeholt hat, war Sammy. Ja. Wo ich echt wusste, okay, jetzt hat die Shit sich geändert, jetzt wird es ernst. Das war der allererste Deutsch-Rapper, wo ich dachte, uh, okay. Okay. Ich glaube, das haben die jetzt verstanden. Das war dann ungefähr, so 2000 ungefähr, mit Dynamite Lox und dann später Solo, ein Jahr, glaube ich. Aber dann nochmal zurück eben ins Jahr 97, du hast dann mit Nana oder ihr habt mit Nana eben auch an dem Album Nana gearbeitet. Zwei. Mhm. Es gibt zwei. Du bist selber auch viermal als Sänger auf dem Album draufgelegt. Du sagst es, du wirst es wahrscheinlich besser wissen, als ich. Und Lonely war wahnsinnig erfolgreich. Ja. bis heute sind das Zahlen, die wenige, die wenigsten erreichen, 500.000 Mal verkauft. Echo, Bravo, Supershow, was weiß ich. Also es war ein ganz krasser Erfolg. Wie hast du das damals erlebt? Nicht, weil man hat keine Zeit, das zu erleben. Okay. Es war Auftreten, Studio. Auftreten, Studio. Egal wie weit, egal wie lange gereist, nach den Reisen direkt schlafen, Studio. Ich habe auch in der Zeit und noch ein bisschen danach, sagen wir jetzt mal, bis zwei, naja, bis, bis 99 habe ich glaube ich die ganze Welt zweimal gesehen, aber nie länger als zwei, drei Tage am Stück. Und ich war überall, aber habe nichts erlebt, was eigentlich geil ist und total traurig gleichzeitig. Ich wollte dich gerade fragen, hat das Spaß gemacht? Ja. Okay. Oh ja, das hat mit Spaß nichts zu tun, aber wenn man zurück, es ist zum Beispiel extrem peinlich, wenn jemand sagt, ah ja, ja, wir gehen zu, wir gehen zu Tokio. Oh geil, da war ich auch schon mal. Oh, wo warst du denn? Ja, Tokio. Und dann klingt es schon so wie so ein Großduber, der immer nur mitreden will, aber ich war da, aber frag mir bitte nicht, wo. Weißt du so, irgendein Venue, irgendein Hotel, irgendein Flughafen so, das ist schon krank. Und das kann ich über locker 60, 70 Prozent der Welt sagen so. Ich war überall, aber nirgendwo so. Verstehe, aber man kann schon sagen, dass insbesondere dieses Album euch durch die ganze Welt gebracht hat. Das Nana Album, meinst du? Ja. Ja, obwohl Nana, Nana war schon sehr europäisch. Okay. Das Papa Bear war dann weltweit erfolgreich. Ja. Papa Bear gab es Platin und Gold in Australien und in Japan. Okay, also doch so. Hat sich das Arbeiten mit Nana und June unterschieden? Komplett anders, weil Nana ist ein Künstler, der seine eigenen Sachen übrigens geschrieben hat, bis heute auch noch. Das war jetzt kein Interpret, was ganz viele behauptete. Stimmt gar nicht. Aber der war halt Künstler, der war auch nie zur Verfügung, weil der war immer unterwegs. Und dann kam man, dann hat er mal vielleicht einen Tag gehabt und dann war er im Studio. aber sonst, der war eigentlich, der war ja ständig unterwegs. Und wenn es Fernsehsachen war, war ich dabei. Und wenn es Radiosachen war, war ich dabei. Aber wenn es ganz normale Auftritten waren, da war es natürlich andere Leute, die mitgesungen und getanzt haben. Der war halt gerade in seine Explosionen seine Königsklasse und den hat man kaum im Studio gesehen. Aber wenn er dann da war, dann war es um ein Album oder einen Single zu machen. Kannst du vielleicht noch was zu den anderen Künstlern sagen, die mit bei Booyah waren? Also weiß ich nicht, zum Beispiel A.K. Swift. Wie war das? Ich habe den nicht so richtig erlebt. Okay. Schon. Also wir haben, The Light habe ich ja sogar produziert. Aber ich habe den einfach nicht so richtig erlebt. Ich habe immer nur, ich fand den immer nur sehr laut. Okay. Und hat immer was, da ist ein Beispiel, der immer sagt, wenn du was sagst, ja, das habe ich auch gemacht. Aber es war immer sehr laut. Aber ein absoluter Genie. Also überkrank. Aber ich habe den nicht wirklich erlebt. Kann nicht so viel über ihn sagen. Und Alex Prinz? Ja, mit Alex bin ich immer noch sehr gut. Unnormal, unnormal geile Sängerin und sehr herzlich und kann nur Gutes sagen. Mit ihr war ich natürlich auch ständig unterwegs. Und ja, das ist echt ein, das ist ein Freund fürs Leben. Wen gab es noch? Jonestown gab es noch? Genau, Jonestown. Ja, auch geile Typen. Ski und Carlos, Carlos gar nicht mehr Ski, immer noch mit Fun Factory unterwegs jetzt. Die waren auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Da hat man echt sehr viel gelacht mit den beiden. Okay. Und Ray Horton war auch noch da, oder? Genau. Aber da war ich schon fast weg. Okay, verstehe. Wenn Ray kam, war so, das war so mein, mein Crossfade sozusagen. Da bin ich, das war für mich auch geil, weil ich wusste, ah, okay, für den Hooks brauchen die mich nicht mehr und dann kann ich jetzt auch abhauen. Okay, verstehe. Das hat mich auch geholfen sozusagen. Mit Ray keine richtige Beziehung. Du hast gerade schon gesagt, also auf diesem Level so erfolgreich gab es das danach nie wieder, davor nie. Dementsprechend, also wenn man sich die Videos heute anguckt, die werden auch sehr viel Geld gekostet haben. Natürlich auch, weil damals Videos einfach teurer waren als heute, das ist ganz klar. Ja, aber trotzdem, so teuer hätte es nicht sein müssen. Ja, also waren die wirklich so teuer? Die waren übertrieben. Okay. Ich sage nur, when the rain begins to fall, war 750.000 Mark. Wow, okay. Und damals hatte ich noch nicht so viel Ahnung vom Geschäft und wusste nicht, dass ich das auch recoupen musste. Sonst hätte ich wahrscheinlich gesagt, ey, lass doch einfach hier in Hamburg drehen bitte. Was soll das? Das wäre jetzt nämlich die nächste Frage auch gewesen. Also von außen, wenn man sich so ein bisschen mit dem Musikgeschäft auskennt, mit Shares und so weiter und so fort, dann würde man jetzt denken, dass ihr da auch alle richtig Asche gemacht habt. Oh, das haben wir schon. Ja? Ja. Das muss ich, muss ich denen geben. Es war zwar nicht immer relationell fair, aber es war auch nicht unbedingt unfair. die beiden großen Typen haben schon mehr so auf ihren eigenen Haufen geschupft, aber die waren jetzt auch nicht so, hier hast du 20 Cent und wir nehmen 10 Euro. wir haben schon gut Geld verdient. Okay. Aber es hätte natürlich eigentlich, hätte man mehr, aber ich sage mal ganz ehrlich, ich kann denen dafür jetzt die Schuld nicht geben, weil ich war ja selber dabei und man kann jemanden nur etwas vorwerfen, wenn man denen auch gesagt hat, ich will das nicht. Wenn man aber das nicht gesagt hat und einfach mitmacht und dann hinterher sagt, das ist alles scheiße, das kannst du nicht bringen. So geht es auch nicht, ja. Ich glaube, also neben dem Sound war glaube ich auch das immer, also dieser Erfolg, dass man den Videos auch angesehen hat, dass sie viel Geld gekostet haben und so weiter. Das hat ja Rappern, deutschsprachigen Rappern, war das sehr oft ein Dorn im Auge. Also Tony ist ja sogar namentlich mal von Deichkind gedisst worden. Ich habe auch mit Martin Stieber mal ein längeres Interview geführt, wo er eben auch dann tatsächlich direkt Buja genannt hat, nicht als etwas, womit er ein Problem hatte, aber wo er gesagt hat, das war so ein bisschen das Feindbild. Das waren die Leute, die in den Charts waren, die erfolgreich waren damit. Hast du das mitbekommen damals? Klar, aber finde ich bis heute, ich kann das Wort nicht finden, Hypokrit. Weil man kann nicht jemals Kultur anwenden und dich dann umdrehen und sagen, das passt nicht in unsere Kultur. Was ist das für ein Scheiß? Rap kommt nicht aus Deutschland. Also halt die Fresse. Entweder du bist Rapper und dann nimmst du jemanden, du eignet dich eigentlich was an, was auf Englisch so schön Appropriation heißt. Wenn du dich was aneignest, kannst du nicht nachher sagen, das gehört nicht zu das, was ich mir angeeignet habe. Das finde ich total hypokrit. Und das habe ich bis heute an den Deutsch-Rap-Realness immer komplett gehasst. Gehasst und das finde ich auch total alban. Du solltest bei Buja auch ein Album machen, Fairytale. Ja, genau. Das ist aber nie rausgekommen. Vergessen. Ja, das ist nie rausgekommen, zum Glück. Aber also die real Ones, die harten Fans, die haben das zum Teil, das Album, oder? Du hast das mal irgendwann im Euro-Rap-Forum zur Verfügung gestellt. Ja, das dürfen von mir aus alle haben. Okay, aber das ist nicht rausgekommen, weil das genau da hätte rauskommen sollen, als du gegangen bist. Ich war ja schon weg. Okay. Aber hatte noch, ich hatte schon einen Vertrag unterschrieben für einen Künstler-Deal bei Universal. Und in der Vertrag war natürlich Buja mit. Und ich war aber eigentlich schon weg, aber konnte natürlich diese vertragliche Bindung nicht einfach sagen, ja, das mache ich jetzt auch nicht. Deswegen haben wir auf jeden Fall noch ein Album produziert. Aber das war ohne Herz. Und nicht nur bei mir. Das war auch bei denen, eigentlich hatte keiner Bock darauf. Du hast jetzt Universal gerade angesprochen. Irgendwann kam es ja eben auch zur Fusion von Buja und Universal, beziehungsweise Motor Music. Hast du dann, oder habt ihr dann auch direkt mit Nefi zusammengearbeitet damals? Also ohne Nefi wäre Buja Music oder Buja. Mein Nefi war schon vom Anfang an dabei. Okay. Also Nana ist eine Nefi-Signung. Das war das Erste, was er gesigned hat als A&R. Und, nee, da war noch PM, glaube ich sogar. Das war das Erste, was er als PM gesigned hat und gehört hat. Und das hat ihm auch katapultiert. Aber er hat es gehört. Er war auch einer der wenigen, der es gehört hat. Also der es verstanden hat, meinst du? Ja, der es gehört, ey, geil, das könnte funktionieren in Deutschland. Keiner hat es gehört. Also er hat nicht gesagt, mach mal Bad Boy für Arme. Nee. Okay. Nee. Sondern macht ihr mal, ihr macht das schon richtig. Ja, Nefi hat das verstanden. Nefi hat, also ich glaube, der Erfolg Bujas wäre ohne Nefi nie zustande gekommen. Ganz ehrlich. Aber nochmal kurz, als der Merch von Booyah und Universal war nicht Motor Music. Okay. Das war nämlich Universal. Okay. Damals, boah, wie hieß er nochmal? Ich weiß nicht mehr. Damals, der CEO von damals, das war tatsächlich ein eigenes Label bei Universal. Okay. Aber ganz viele unserer Sachen, nee, eigentlich nur Nana, glaube ich, kam bei Motor Music raus. Ja, es war nur Nana. Okay. Ja, Papa Bear war Universal, genau. Wie hast du Manuelsen kennengelernt? Ja, da gibt es mehrere Geschichten, aber so wie ich mir das erinnere, nein, ich habe Manuelsen kennengelernt über einen Freund von uns, Renik. Bernardina. Richtig. ein damals, der ist einer der, einer unserer Clique aus der Niederlände, der schon früher nach Deutschland gezogen ist, um zu arbeiten, aus Tänzer. Und June und ich wollte eine deutschsprachige Mädelsgruppe gründen. Dreist hießen die. Wahrscheinlich mit drei Mitgliedern. Richtig. Und wir haben, wir haben dann gecastet und erst Künstler natürlich gecastet, die Mädels und dann gleichzeitig auch so Background-Tänzer und so. Wir dachten, komm, wenn wir das machen, dann machen wir das direkt richtig. Wir kommen ja gerade von Buja und wir wissen, wie sowas geht. Haha. Und dann haben wir Tänzer auch gecastet und dann kam Renik und sagt, na, ich hab so eine Clique. Dennis, Hamza und Manuel hieß er. Ich meine, dass er Manuel heißt, ist, weil wir in Holland das immer gerne machen. Wir haben so ganz viel so Verkleiner, Verkleinerungen und das ist bis heute bei ihm geblieben. Wir haben also Manuel, Hamza und Dennis. Dennis, mittlerweile D-Nice, ein sehr bekannter Tänzer. Hamza, Hamza, Hamami, der Choreograf und Mittänzer von Justin Timberlake und Co. Richtig erfolgreiche Choreografe. Und ja, Manuel und wir so, ich hab die dann, die drei gesehen und die waren granatemäßig gut, aber diesen Riesen bei den drei hat mich immer so ein bisschen gestört und ich so, ey, Digga, du kannst richtig gut tanzen, aber du bist, die Bewegungen, die sind zu klein für dein, für dein, dein Format. Aber ich fand den super sympathisch und der musste direkt lachen, so, ja, das höre ich öfter so, also wie er so sein kann und so, kannst du noch was anderes? Nee, das habe ich gar nicht gefragt und dann haben sie sich in die Ecke gestellt und dann hat er irgendwas gerappt und ich hab mir so, was das für eine geile Stimme und hab mich umgedreht und dann war er das wieder. Ich sag, warum bist du hier zum Tanzen? Warum hast du mir nicht direkt gesagt, dass du rappst? Ja, sagte ich, ich singe auch noch. Ich sag, wie? Und dann hat er was vorgesungen, hab ich gemerkt, okay, ist noch sehr, ist noch so ein hoher Diamant, ne, aber ich hab allein schon einen Sound gehört, boah, der Typ hat einen Sound, unschlagbar und dann hab ich June gesagt, ey June, wollen wir den nicht mal einladen im Studio? Und dann war das das und er ist mal gekommen und er ist nie wieder gegangen, bis wir das Studio geschlossen haben. Und er hat nicht nur, er hat nicht nur für seine Sache gerappt, er hat auch für andere Leute mitgeschrieben, er hat Leute reingeholt, so wie AK, mit wen ich heute immer noch super gut befreundet bin, der hat, also Manuel, der Manuel Connection war für ihm der Anfang und für uns aber einen neuen Anfang. Also wenn wir uns nie kennengelernt hätten, dann hätte ich nie Echo und Summer und so und Casey, die hab ich alle und Farid hab ich alle über ihm kennengelernt und das war für mich so wieder der Weg zurück nach Deutschland, weil dann hab ich AK kennengelernt und der war dann gerade bei Overground und wurde dann gefragt für die Vocal-Produktion vom ersten Album und hab dann so alle andere wieder kennengelernt wie Easy B der jetzt CEO von Alpha ist und aber auch Clubkind und alle also egal also alles was jetzt sozusagen wieder da in Deutschland passiert ist eigentlich aus der neue geborene Connection über Manuel gekommen. Krass, okay. Hast du denn wirklich diesen Satz zu ihm gesagt, den er auch in diesem einen Song sagt? Boy, you get heat. Ja, klar. Habe ich gerade im Vorgespräch schon gesagt, das war so das erste Mal, dass ich deinen Namen auf dem Song gehört habe. Er hat neulich ein Interview auch nochmal gegeben, also vor einer Woche oder so glaube ich, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber da erzählt er ja so ein bisschen auch noch darüber und erzählt er auch, wie er dann angefangen hat, dir und June und Nana so über die Schulter zu schauen. Also er war einfach dabei, hat immer geguckt und dadurch halt gelernt. Richtig. Okay. Das war ganz cool, weil dann kam Nana zu uns nach Holland für sein neues Projekt, neue Songs zu machen und da haben wir Manuel gerade ein paar Monate im Studio und zwar für ihn natürlich, boah, Nana und auch Ganea, das war natürlich, das war irgendeine Connection da und das hat auch direkt gemerkt, die haben sich direkt verstanden und das war für Manuel, glaube ich, Also Nana war für Manuel, glaube ich, bis heute, man darf sowas nicht sagen, weil ich will jetzt nicht respektlos wirken, aber hat schon so eine Art Vaterfunktion. Er hat einfach gemerkt, so für Manuel war das eine Beziehung, ein Bezug zu einer Kultur, die er, weil er wurde ja adoptiert, die er eigentlich so nicht kannte und das war ganz, ganz wichtig für ihn. Das hat man echt gemerkt und das fanden wir als, also wir als, Jun und ich, so haben das beobachtet und so haben das auch so gelassen und haben da versucht, bloß nicht zu viel, weil das war, glaube ich, für den beiden auch super gut. Das war ganz geil. Für wen habt ihr dann so gearbeitet? Nena zum Beispiel, damals schon, ne? Ja, genau. Darf man noch mehr erzählen? Boah, viele holländische, so, jetzt versuche ich es nochmal und cut. Viele holländische Acts, also man sollte eigentlich niederländische Acts sagen, aber für viele niederländische Acts haben wir Songs produziert und geschrieben mit Manuel zusammen. Für Manuel haben wir auch Album gemacht und die wurden nie erfolgreich, weil damals hat er noch sehr viel Englisch oder Deutsch und Englisch gemacht, was ich bis heute feiere. Total, ja. Ja, was haben wir denn noch gemacht? Overground, ja, Echo, aber da war June schon weg. Okay, ja genau, und das ist ja so 2004 oder so, glaube ich, dann gewesen, ne? Fünf, um den Dreh. Drei, vier. Davor ist noch was anderes passiert, also zwei Sachen sind noch passiert. Das eine ist die Geschichte, die Manuel erzählt hat, jetzt im Interview neulich auch, dass du Vorgruppe von Boys to Men warst. You're the great white hope, wurdest du da tituliert von, ich weiß gar nicht, wer das war von den Jungs, von Boys to Men. okay. Also der ist ja schlecht hin, bis heute. Ja, also, ja, da muss ich jetzt nicht nur, das hat er doch schon alles erzählt, das soll ich das jetzt selber auch noch erzählen, das ist Schwachsinn. Aber es ist eine Ehre gewesen, auf jeden Fall. Voll. Ich fand es ein bisschen schwierig, also, weil ich, ich komme ja aus einem Land, wo diese Trennung jetzt nicht so extrem ist. Und, äh, ich fand das nicht so einfach. Ich habe das auch weggesteckt direkt, so, okay, great white hope. Jetzt bin ich ja gar nicht, kein Vorfechter von irgendeiner Gruppe, so, weißt du, deswegen, um dann so als, der Spitze eine Gruppe, äh, genannt zu werden, fand ich irgendwie, war eigentlich nicht einfach. Ich fand es schon cool, aber ich fand es nicht einfach. Okay. Stimmt. Ähm, eine andere Sache noch, 2001, Girl You Know It's True mit Oli P. Ähm, geil, du hast ja echt alles. Natürlich, natürlich. Nice. Ähm, genau, das war ein Song, den ihr zusammen aufgenommen habt, wo du auch als Feature-Gast dabei bist, auch im Video. Ja. Ähm, wie kam das zustande? Also, Oli P, quasi der deutsche Markie Mark. Ja. Also, da, da merkt man, dass es nicht alles nur geil und Kunst sein muss, äh, dass ich auch eine Beziehung zu Menschen sehr wichtig finde. Und bei Oli war schon immer eine sehr große Freundschaft, äh, wir waren noch nicht richtig Freunde, aber wir kannten uns. Aber er hatte diesen Wunsch. Und das fand ich so speziell. Der, der A&R-Manager damals, ähm, rief Daisy an und sagt, ey, äh, du, ich mache hier jetzt, ich bin jetzt eh nah für, für neue Oli-Album und, äh, der will jetzt diese Girl You Know It's True aufnehmen, aber der will, der will das nur mit Jan machen. Und das fand ich so cool, dass jemand so spezifisch das will, dann habe ich gesagt, okay, dann muss ich das erstmal hören. Ich muss ehrlich sagen, ich fand der Version nicht so geil, aber ich fand das Original auch nie geil. Deswegen war es auch egal jetzt. Es hat mir, diese Nummer hat mir nie gekitzelt. Aber ich fand diese Zusammenarbeit mit ihm, fand ich total interessant. Und das habe ich dann gemacht, weil ich unbedingt mal mit ihm damals machen wollte. Und das war auch bis heute eine meiner schönsten Erfahrungen, weil wir sind dann, wir waren vier Tage auf Malle und haben gelacht und getrunken und, und, äh, meine Frau war da, nee, meine Frau war damals nicht dabei noch, nicht auf der Videodray. Aber es war trotzdem, es war, bis heute sind wir befreundet und wir arbeiten jetzt auch zusammen auf sein neues Album zu. Und, äh, das war einfach geil. Und das, für mich kann das, weißt du, deswegen, ähm, manche Leute fragen mich, ja, wie kannst du sowas machen? Und so, ja, erstens, was meinst du damit? So, erstens mal, wie, was, was, wo, gibt es irgendwelche Regeln? Und, äh, warum, äh, was ich nicht so mag, ist, wenn man so extrem andere Sachen, die vielleicht nicht in deinen Geschmacksrichtungen liegen, so extrem hart sagen, oh, das geht gar nicht, so. Du kannst schon sagen, ich mag's nicht, damit, also, das, das finde ich, eine Aussage, die kann man durchaus immer bringen, aber, das geht gar nicht, finde ich total, überall, das kannst du nicht bringen, also, das geht gar nicht. Und, äh, ja, ich fand das geil, ich fand, Olli bis heute ein Megatyp, und, äh, hat Spaß gemacht. Das war für mich früher auch immer ein Problem, also, ich war früh Deutschrap-Fan, aber mochte auch immer die Sachen von Booyah zum Beispiel, oder auch Girl, you know it's true, und das konnte man, aber konnte ich von meinen Freunden nie gut argumentieren, weil da hieß es immer, das geht halt nicht. Ja, und das ist schade. Ja, auf jeden Fall. Und da muss man aufpassen, das merkt man, Musik und Sport, äh, bei solche Äußerungen, grenzt das schon sehr schnell an Ausgrenzungen, wenn nicht sogar Fashionismus. Das ist gefährlich, finde ich, das kann man nicht bringen, man kann schon, wie gesagt, man kann gerne sagen, boah, ich mag das überhaupt nicht, finde ich mega legitim und höre ich auch gerne, aber komm mir nicht mit, das geht gar nicht, oder was hast du denn an, oder so, hallo, wer bist du denn, so, was soll das? Und das finde ich durchaus sehr geil, auch zu hören, dass du, äh, es auf jeden Fall querbeet, weil, hey, letztendlich ist es Musik, weißt du, und entweder du magst es, oder du magst es nicht, und es muss keinen Grund haben. Ich sehe manchmal Bilder und denke, boah, das ist ja geil, und nicht, weil es irgendein Bild ist von jemandem, bla bla bla, oder weil er so, seinen Vater hat ihm dies und das und seine Mutter und deswegen hat er dieses Bild, ist mir scheißegal, mag ich es oder mag ich es nicht, so, die ganze Geschichte drumherum ist so sekundär, sekundär, oder? Ja, richtig, finde ich, also, egal. Du hast gerade schon AK angesprochen, ja, den du kennengelernt hast, ähm, als der Teil von Overground war, genau, weil du eben angefragt worden bist, für die Jungs zu produzieren oder mit ihnen zu schreiben. Also, ich kannte ihn schon vorher. Ja. Es ist eigentlich so, nochmal ganz schnell zurück in die Zeit, dass AK schon früh mit Manuelsen und Ramzi Aliani sehr oft ins Studio kamen und da waren die noch sehr, sehr jung und da war AK, 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 AK ist sehr übereifrig und wollte immer gerne zeigen, was er konnte und ich fand den damals schon beeindruckend gut. Er hat eine ganz geile Stimme und kann richtig gut singen. Aber ich hatte zu viel zu tun und ich konnte mich nicht so richtig darauf fokussieren noch und ich fand den auch noch ein bisschen zu jung und dann, äh, auf einmal, äh, er ruft mir Manuel an und sagt, ey, Digga, da ist denn der Band. Ich sag, ja, welcher, was, der Band? Natürlich nicht mitbekommen, weil bei uns gab's natürlich auch Popstars und das fand ich zu, das fand ich gar nicht gut. Ich fand das gar nicht gut, persönlich, ne? und deswegen hab ich das auch nicht geguckt und ja, sagt er, die Popstars sind so, oh, cool, dann hat er jetzt ein Haus gefunden, hab ich so ganz, ganz dumm gesagt. Ja, nicht so ganz, weil, so, oh, die Suche für das Album einen Musikprodukt, äh, einen Vocalproducer und die würden dich da immer gerne, oh, geil. Und dann, äh, kam das über, es kam halb über Manuel und halb über, äh, ich bin nicht mehr so ganz, aber, äh, und dann hab ich die Vocalproduktion für, äh, für Overground übernommen und das war irgendwie auch, äh, das war ganz geil. Ich fand das musikalisch auch sehr spannend, weil das war dann mit Mark Tabak von, äh, wie hieß das nochmal, äh, Triple M, genau, Mark Dollar, Mark Tabak und Marek, bla, 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 die haben so The Boys und so gemacht. Ah, ja, ne, und, äh, Mark Tabak, sehr, sehr talentierter Producer, äh, Easy B und ich haben das ganze Album noch produziert und, äh, am Anfang war es nur eine Vocalproduktion und irgendwann haben wir einfach das ganze Ding, da haben wir gemerkt, oh ja, das funzt und dann haben wir einfach gesagt, wir machen das ganze Ding zusammen. Äh, ja, und dann kam ein neues Nana Album, auch 2004. Ja, genau. Nämlich All Doors in Flight Number 7. Genau. Krass. Wo auch Manuel wieder drauf gefeatured ist und ihr beiden habt das, also du hast es mit Nana zusammen gemacht oder war noch jemand involviert? Ne, da waren noch andere Leute dabei, also ich, ich hab ein paar Titel, ich hab nicht alle Titel gemacht, es war mehr so Beats und, und mal Raps aufnehmen und so, es war jetzt nicht so extrem, das war auch in der Zeit, wo ich das erste Mal angefangen hab, mit Laptop zu produzieren, das hörst du auch. Da war ich noch, war schon so, ah, da geht einiges, aber es war noch nicht, war noch nicht so richtig drin, dann später wurde ich damit richtig gut, aber, wann war das? 2004? Ja, genau. Das ist die Periode, wo ich angefangen hab, nur noch mit Laptop zu arbeiten. Das war ja nun nicht mehr so erfolgreich, wie die Nana Sachen davor. Ne. Ich glaube, Papa Bear hat auch noch mal als Locrio auch noch mal sozusagen versucht, an diese riesengroßen Erfolge anzuknüpfen, was auch nicht funktioniert hat. Was glaubst du, woran das lag, dass dann so ab Anfang der 2000er diese Sachen einfach nicht mehr so durch die Decke gegangen sind? Ja, ist doch ziemlich, ziemlich klar. Erstens, nicht das gleiche Team, never change a winning team, ist halt so. Da bin ich ganz ehrlich, also, die Konstellation bei Buja war schon sehr, sehr stark, aber da war kein Einzelnen von denen alleine geil, da waren wir zusammen sehr geil. aber ich glaube nicht, dass wir nicht erfolgreich gewesen sein könnte ohne Buja. Ich glaube, in der Zeit war es auch noch so, dass, äh, da war gerade Deutschrap am, und die, da wollten die nun mal den größten Musikmarkt Europas und der zweitgrößte der Welt damals keiner mehr diesen eigentlich, eigentlich Europäer, aber auf Englisch Rap Scheiß hören. Ich glaube, das war mehr das Problem als was anderes. Mhm. Du hast mit Nana die Sachen gemacht, dann hast du aber auch mit Yvonne Katterfeld gearbeitet. Ja. Und nicht nur produziert, sondern auch Textarbeit mit ihr gemacht, ne, für Songs wie Schicksal zum Beispiel, ähm, und ich wollte jetzt an dem Song, an dem Beispiel dieses Songs nochmal eben darüber sprechen, wie sowas dann eigentlich abläuft. Also wenn man in die Credits guckt, dann hast du an dem Song mitgeschrieben, aber Klaus Czapik auch, den man vielleicht noch kennt von Band ohne Namen, äh, oder vielleicht auch, aus dem Management von Juju und Nura, beziehungsweise damals noch Sixten, ähm, Heike Kosbach ist auch eine sehr begnadete Texterin auf jeden Fall, die für Adel Tawil, Cassandra Steen und so weiter auch schreibt, wie ist dann so ein Song wie Schicksal entstanden? Kannst du das erklären? Ja, okay, sehr gut. Ich bin beruhigend, nicht präzise. Also, der Song war ja so, wie er auf ein Album gekommen ist, schon zu 80 Prozent da. Ich habe das dann komplett neu produziert und hatte noch ein paar, da wurde mein Deutsch auch, äh, viel, viel besser und habe auch viel mehr verstanden und gefühlt, so. Und da habe ich dann einfach ein paar Sachen gesagt, wo ich dachte, ey, vielleicht kann man da das mal so sagen oder was hältst du von der Satz fand ich jetzt ein bisschen blumig, vielleicht kann man es ein bisschen cooler gestalten. Dann hatte ich einfach ein paar Ideen eingebracht und die haben, die anderen Texte haben freiwillig gesagt, ey, das sind auf jeden Fall eingriffene Änderungen, die jetzt vielleicht jetzt nicht, äh, die textliche Hochbruch, aber auf jeden Fall, das hat irgendwas gemacht, wo das, wo es eine andere Wendung bekommen hat und das finden wir cool und deswegen sind wir cool und sagen, ey, komm, teil doch mal. Was ich auch mega fand von denen, weil das hätten die nicht machen müssen. Die hätten auch sagen, ja, geil, danke, tschüss. Aber die waren, die waren ziemlich cool. Das auch großteils, weil Yvonne mit alle so gut in Kontakt immer ist und als, als Mittelpunkt, sie hat es auch sehr gut dirigiert, sag ich jetzt mal. Aber es war ein geiles Prozess und die Leute waren alle super cool. Es war nice. Und es hat dir wahrscheinlich dann auch nochmal neue Türen geöffnet für deutsche Textdichtung. Och, das weiß ich eigentlich gar nicht. Kann sein. Aber wie läuft es denn rein technisch ab? Also ihr sitzt da, dann gibst du deine, deine Vorschläge mit rein, die werden dann akzeptiert und dann ist es ja am Ende so, vielleicht für die Hörer auch, dass so ein Song dann angemeldet wird bei der GEMA und da gibt es dann eine prozentuale Aufteilung für den, erzähl du doch mal, wie das läuft. Ja, dafür gibt es keinen Einweg. Okay. Das gibt, das hängt einfach davon ab, also sagen wir jetzt mal, der Löwe-Anteil wurde schon geschaffen, deswegen sind die diejenigen, die entscheiden, wie es läuft. Und dann kannst du entweder sagen, Dankeschön oder du kannst dich dagegen wehren, was aber unklug ist und oft auch ungerecht. Es ist eher dann ein Ego-Spiel. Ja, aber ich finde, dass meine drei Sätze viel geiler sind. Solche Scheiße mache ich nicht mit. Noch nie gemacht und ich war immer sehr, sehr froh, weil ich wusste ja, ich war eigentlich der Auftragsproduzent. So. Ich war nicht der Texter. Mir war es aber wichtig, dass der Fluss der Songs irgendeine andere Wendung bekommt. Und ob ich da dann für nochmal extra belohnt wurde, war mir dann egal. Okay. Aber meist, die entscheiden, wie viel die dann abgeben wollen. Wo hast du zu der Zeit eigentlich gewohnt? Also, die Sachen mit Yvonne sind ja 2006 entstanden. Hannover. Da warst du schon in Hannover. Okay. Genau, das war im Studio von Musti. In den Peppermint Studios. Genau. Ihr wart, seid befreundet und du hast irgendwann gesagt, okay, ich ziehe jetzt da hin und arbeite von dort aus. Oder woher kam die Entscheidung zu sagen, ich ziehe jetzt nach Hannover? Also, ich wurde, das kam über AK. AK Overground wurde gedroppt vom Label. Und, aber ich war zurzeit mit AK sehr, sehr close. Und der frug mich, ey, der fragte mich, ey, ähm, was mache ich jetzt? So, ja, weitermachen. Ja, wie denn? Sag, du, wir machen einfach ein neues Album. Comfort Zone. Genau. Und dann hat er gesagt, ja, okay, finden wir dann jemanden? Ich sag, du, klar, finden wir jemanden. Und dann hab ich einfach ein, zwei Demos gemacht bei mir zu Hause. Und hab angefangen, Leute anzusprechen, die ich, äh, wo ich dachte, wo es vielleicht passen konnte. Und eins davon war, war Musti. Und der fand das ganz geil und sagte, ja, komm, lass doch ein Album machen. Und dann bin ich da vor sechs Monate hingezogen, um das Album zu machen und bin dann da geblieben. Auf dem Album ist auch Raw Digger mit drauf. Wie kam das denn zustande? Also, Raw Digger ist die beste Freundin meiner Frau aus. Ach was. Da fahre ich, selbst ich noch ein neues hier. Okay. Krass. Die sind zusammen aufgewachsen. Aha. Ja. Die hat noch ein paar andere Freunde, die ganz interessant sind. Aber das lassen wir erstmal raus. Okay. Verstehe. Ich finde das so interessant, weil du ja wirklich in den unterschiedlichsten Bereichen dann auch tätig gewesen bist. Also, du hast das mit AK gemacht, du hast dann aber auch mit den Prinzen gearbeitet, zum Beispiel. Inwiefern hat sich das zum Beispiel, das Arbeiten mit den Prinzen, vom Arbeiten mit AK unterschieden? Oder ist es gar nicht so unterschiedlich, wie man denken würde? Weil von außen sieht es ja wie komplett gegensätzlich aus. Für mich nicht. Okay. Im Endeffekt arbeitet mit Menschen und das ist natürlich immer kompliziert, auch wenn es positiv ist. Es ist immer ganz filigran. Aber musikalisch, ja, Musik ist Musik. Da kann ich nichts mehr darüber sagen. Entweder ich verstehe es oder ich verstehe es nicht. Und wenn ich es nicht verstehe, dann mache ich es auch nicht. Und wie ist es, du hast es eben gerade selber gesagt, dann zum Beispiel bei Yvonne, du bist ein Auftragsproduzent und dann bringst du dich aber auch selber mit ein. Also ich würde jetzt auch mal vermuten, in dir ist ja auch das Bedürfnis da, dich selbst künstlerisch auszudrücken über den Auftrag hinaus. Weißt du, was ich meine? Ja. Und passiert das, auch wenn du eine Auftragsarbeit machst? Weil du hast ja dann auch, das ist jetzt dann quasi, daher rührt die Frage, weil du ja 2009 dann eben auch diese Traveller-EP gemacht hast, quasi unter deinem eigenen Namen. Ja, also als Auftragsproduzent bin ich mal ganz ehrlich, habe ich keine künstlerischen Bedürfnisse oder Ansprüche. Da bin ich der Beauftragte, der dafür sorgen muss, dass das Ding geil wird und es ist mir egal, wie ich das hinbekomme, das ist die Aufgabe. Und ob ich das alles jetzt selber machen muss oder ob ich 80 Leute einladen muss, um das Ding dahin zu bringen, das ist dann meine Aufgabe. Aber das ist nur als Auftragsproduzent. Klar, als Musiker ist das was ganz anderes und ja, die Aufgabe ist ja gestellt, das muss gut werden. So, okay. Und wenn ich dann merke, da läuft es nicht, dann muss ich dafür sorgen, dass sich das dann da ändert. Und in dem Fall, wo wir immer noch darüber reden, war es dann auch Teil des Textes, wo ich dachte, ich weiß nicht. Ja. Du hast eben schon gesagt, du hast dann durch Manuel auch Echo kennengelernt, auch Summer kennengelernt. Hast du, also mit Echo hast du auch zusammengearbeitet, ne? Mit Summer auch damals, ja? German Dream Album. Ah, guck mal, das habe ich tatsächlich gar nicht auf die Uhr für ein High Homie zum Beispiel. Oder ich habe ja auch die Press Play mit D12 produziert. Da, das habe ich tatsächlich nur auf dem Zettel gehabt, ja. Wie kam, wie kam das denn zustande? Meine Frau wieder. Ach was, okay. Also das ist auch ein, jemand aus ihrem Bekanntenkreis. Ja, also der Connection kam über eine Freund, einen Freund von, von sie und mir aus Amsterdam. Aber die, die tatsächliche Arbeits-Connection kam über sie, weil sie einfach sehr gut ist in, in so Leute irgendwo ansprechen und irgendwelche Sachen irgendwo hinzuziehen. Das kann sie einfach extrem gut. Und die hat einfach dafür gesorgt, dass die, wenn die eh nach Europa kamen für Tour, sagen, ey komm, ihr seid doch eh da, kann ich euch noch mal 20.000 Euro extra verdienen lassen, wenn die mal mit diesen Typen hier dies, das macht. Und die so, okay, cool. Schick mal Playback. Und dann kamen die hier, waren die vorbereitet und so los ging's. Die, die ist da halt sehr gut drin, um Situationen und Optionen zu sehen in irgendwas. Ja, das ist ein Talent. Voll. Voll. Einer ihre wenige. Nee, nee, eine ihre viele Talente. So würde ich sagen. Kam dann über sie auch die Connection zu Snoop Dogg? Weil ich, ich finde nichts dazu. Also wenn man, wenn man dich googelt und sucht, dann findet man eben, dass du mit ihm gearbeitet hast oder mit Michael Bublé auch zum Beispiel. Aber wenn ich dann bei Discogs oder so schaue, habe ich dann nichts zu gefunden. Nee, das ist tatsächlich, manche Sachen sind sehr, sehr versteckt. Okay. Und das finde ich auch gut so. Ja. Aber mit Snoop Dogg ist das eine total lustige Geschichte. Eigentlich kommt der Snoop Dogg Connection über zwei Wege. Einmal Battle Cat, ein guter Freund von mir, sein DJ. Und Coolio. Dazu habe ich auch nichts gefunden. Coolio und Snoop haben mal für ein italienisches Label einen Song zusammen gemacht. Der hieß Gangster Walking. Und dieser Song wurde von mir produziert. Es gab mal einen Beat, da haben die was drauf aufgenommen. Das fand keiner geil. Dann kam über einen anderen Freund und Battle Cat, die Connection zu mir, habe ich ein neues Playback gemacht, habe es hingeschickt, fanden die geil, waren die in Europa, haben es aufgenommen. Das war es. Okay. Sehr unspektakulär, sorry. Aber wir sind bis heute ziemlich cool. Also, schön. Nicht ganz so unspektakulär ist dann aber die Zusammenarbeit mit Sammy, die ja wirklich auch über mehrere Alben, mehrere Jahre. Aber du vergesst Outcast. Warum ist Outcast nicht im Gespräch? Stimmt, da habe ich auch nichts zu gefunden. Ich habe nämlich das dann gesucht. Irgendwann habe ich angefangen, die Leute wieder rauszulöschen. Findest du nicht, weil Outcast, und das ist auch cool, weil ich verstehe das, aber Outcast war ein Auftrag von Neffi, um für Europa zwei Songs so zu machen, dass die hier auch funktionieren. Also Outcast für Arme. Ja. Ne, Neffi war nicht so. Nein, nein. Es ist einfach, damit es, sagen wir mal ernsthaft, ein bisschen mehr klang wie Booyah und dann vielleicht hier auch besser funktionieren konnte, wo Neffi sehr gut ist, weil zum Beispiel diese Sängerin, diese Selbstmutzsängerin, wie heißt es, Lana Del Rey, diese Summer Madness, die Version der Welt-Hit, ist Neffi. Das war auch Neffi, genau, das vergessen die Leute. Da ist es echt gut drin. Und das Ding ist, und die Idee war geil, das Geile ist, die Produzenten sind ja Organized Noise, genau. Heißt es Organized oder Disorganized? Also irgendwas, ich glaube Organized mit Noise. Und die sind aber nach wie vor die Produzenten, ne? Und ich habe es erst mal geremixt. Dann haben die es aber gehört und sagen, boah, das ist ja geil, wir sind in fünf Wochen, sind wir in Hamburg, weil wir da ein Konzert geben. Lass uns das neu aufnehmen. Und ich so, ja, geil. Und dann haben wir es halt neu aufgenommen, eigentlich auf meine Remixen. Und das ist dann auf die europäische Albumversion sind meine Versionen drauf. Und dann kam später nochmal in Amerika ein Remix-Alben und da waren die auch drauf. Und das war auch geil, wir haben uns auch gut verstanden, die Typen sind super, haben sich damals schon sehr viel gezofft, die beiden. Und deswegen darf ich sagen, ich habe nicht nur geremixt, ich habe tatsächlich mit denen produziert. Das war total nice. Aber nach wie vor steht überall Organized Noise. Okay. Ich glaube, das heißt Organized Noise. Irgendwie sowas. Aber wenn wir dann schon dabei sind, Simple Minds und Michael Bublé, wie kam das jeweils? Ja, ganz geil. Also Michael Bublé war ein, erstmal ein Remix wieder, Michael Bublé und Boyz the Man. Und das war eigentlich ein Auftrag von Musti. Der hatte aber nicht so einen Bock darauf. Und dann kam es auf meinem Tisch. Und dann habe ich das wieder zu ihm zurückgespielt. Und dann fand er es geil. Und dann hat er es weiter produziert. Und dann kam tatsächlich die Frage von, oh, das ist geil geworden, lass uns mal neu singen. Und dann habe ich es nochmal neu gesungen, aber nicht bei uns. Und dann haben wir nochmal neue Stimme auf den Remix. Letztendlich ist es ja der Musti-Remix, aber eigentlich... Okay. Nicht, dass er nichts gemacht hat. Also er hat auf jeden Fall... Aber ich habe auch da mitgearbeitet. Es steht aber wahrscheinlich nur Additional Magic oder so ein Scheiß. wie das immer so schön von den großen Produzenten dann umschrieben wird. Hey, Schulgeld. Passt schon. Simple Minds. Simple Minds. Die waren tatsächlich im Studio. Das Geile ist, wir haben gefühlte drei Wochen gejammt. Und da kam nie was bei raus. Aber egal. Ich habe mit den Simple Minds gearbeitet. Auf jeden Fall. Im Endeffekt... Kann man sich auf die Visitenkarte schreiben. Ja. Genau, aber zurück zu Sammy. Also mit dem hast du nicht nur gejammt, sondern ihr habt wirklich viel zusammen gemacht. Ja. Du hast ja gerade schon gesagt, er war der Erste, der dich irgendwie im deutschen Rap wirklich begeistert hat. Absolut. Wie habt ihr ihr dann zusammengefunden? Ja. Naja, das kann man schon sagen. Also über Daisy. Weil das war damals seine Freundin. Und ich hatte gerade sterb vor allem meine Mutter hinter mir in 2010. und Daisy hat uns eingeladen, ich und meine Familie, um Urlaub zu machen auf Ibiza. Sie sagt, wir gehen eh drei Wochen hin, kommen doch auch eine Woche. Und ich so, ah geil, das kann ich jetzt, glaube ich, ganz gut gebrauchen. Sie sagt, wir haben ihr Hauschen gemietet, braucht sich nichts kümmern, Reise hin, ein bisschen mit essen, mit bezahlen und cool. So, echt geil. Wir hingeflogen. Das war super wichtig, weil das war wirklich drei Wochen her oder so. Und das war ganz nice und es hat mich sehr, sehr viel geholfen als Mensch und dann auf einmal taucht Sammy auf. Und ich so, äh. Ich hatte es nicht erwartet. Ich wusste schon, dass die so irgendwie am gucken waren, aber dass sie schon so ernst waren. Und dann auf einmal war er da und dann hat er mir mal so ein paar Sachen vorgespielt von seinem neuen Album Schwarz-Weiß und das war alles mit Band. Und die so, ey, ganz geil. Und dann, das war es dann. Ich wollte mich auch jetzt nicht so, ja, komm, das soll so, ich wollte nicht den dicken Fetten hängen lassen, ja, das würde ich da so machen und so. Ich fand es eigentlich ganz geil so. Es war zwar für mich nicht so ein Semi-Sound oder so, aber es war auch jetzt, es war jetzt auf jeden Fall geil so. Und dann auf einmal rief Daisy an, ja, Semi würde es, glaube ich, begrüßen, wenn du mal ins neue Studio in Brackel mal vielleicht ein paar Sachen programmieren oder ein paar Sachen einspielen kannst für das neue Album. Oh, gerne. Und von Sachen ein Keyboarden und hier und da mal ein paar Beats ballern, wurde es dann, ey, produzier doch das Album mit. Und dann, ja, wenn man das einmal sagt, dann geht halt, halt der Lampe an und dann bin ich halt so ein Takeover-Typ und hab dann in zweiter Range, weil Semi immer erster Range ist, in zweiter Range so ein bisschen diese Produktionsfeder übernommen und hab nicht alles produziert auf dem Album, aber vieles. Und das war mega geil und dann haben wir, danach haben wir direkt Herr Sorge gemacht und danach haben wir dann direkt männlich gemacht und dann, dann hab ich gemerkt so, okay, Semi braucht jeder was Neues und, äh, da hat er auch schon, weißt du, Semi hat immer schon sehr viel mitgemacht, weil er einfach auch ein Visionär ist, nicht nur im Rap, aber auch im musikalischen und da hat man gemerkt, da hat langsam dieses Produzieren, dieses Programmieren, dieses Beats machen hat er sich so langsam zugeeignet und irgendwann hat man einfach gemerkt so, mein Platz ist nicht mehr der gleiche, fairerweise und, ja, dann ist das, hat sich das so, dieses Produktionsding hat sich so ein bisschen rausgewachsen, nach das Nena-Album haben wir dann eigentlich nichts mehr wirklich gemacht, außer jetzt Glowpapier, was aber eigentlich nur ein Anfangsbeat war, was Besessien und, ähm, Farhaut, Farhaut dann zu Ende produziert haben. Dann eben, du hast jetzt erwähnt, das Nena-Album, das hast du zusammen mit Sammy gemacht und mit, äh, Derek von Coke. Genau, richtig. Ähm, das war ihr Wunsch, glaube ich, ne? Ja. Ja. Und du kanntest sie aber auch schon von damals halt. Sie wusste das nicht mehr, okay. Ich schon. Okay. Aber wir haben damals auch nur einen Song gemacht. Mhm. Und das war wirklich 2003, 2002. Also mit Manuel dann, also nicht, ja doch, genau. und, ähm, das Ding ist, sie hat dieses Herr-Sorge-Album extremst gefeiert. Sie fand das richtig geil und sagte, ey, nicht nur den Soundwelt, aber vor allem die Toplines und die Texten, die sind ja überkrass. Und Nena ist ja eigentlich selber Schreiberin und auch sehr verdienstlich, aber die hat hier gesagt, ah, ich würde es echt sehr geil finden, wenn du mal anfängst und ich da mal zu Ende mache. und das hat sehr gut funktioniert. Und dann hat sie gesagt, äh, also dein Team und mein Team. Dann hat sie mir gesagt, ja gut, mein Team ist Jan in diesem Fall und, äh, weil Herr Sorge ja auch von ihm und mir waren, sozusagen. Und dann von ihr Team halt, Derek. Und wir haben dann gesagt, okay, wenn wir es dann machen, dann machen wir jeden Song zu dritt. Dann sagen wir nicht, du machst drei und du machst mal den. Nee. Dann machen wir jeden Song zu dritt. und haben das dann gemacht. Das ist total geil geworden. Das war auch unnormal geiles Prozess. Sehr lang gedauert, fast anderthalb Jahre oder so, aber richtig geil. Schön. Äh, du hast auch mit ihm für dieses Furi-Projekt zusammengearbeitet von ihm, oder? Ja, aber nicht musikalisch. Wollte ich gerade sagen, nicht musikalisch, sondern Ich habe das Video gemacht. Grafisch oder animationstechnisch oder wie auch immer. Ja, okay. Also ihr habt euch, jetzt nehme ich mal an, dann über Sammy kennengelernt. Klar. Und dann hat er irgendwann davon erfahren, dass du nicht nur musikalisch, sondern auch anderweitig, künstlerisch tätig bist und dich gefragt. Weil ich ja für ähm, Poesiealbum, Video Sachen gemacht habe und auch für die Herr-Sorge-Videos. Mhm. Das waren zwar immer ähm, On the low? Die Jungs, nee, Okay. Das waren immer die Jungs aus Hamburg, ähm, boah, Typeholics und Poesiealbum Boutique. Mhm. Das waren die richtig, die waren eigentlich die Videobeauftragte, aber ich habe immer Artwork oder irgendwelche Sachen beigesteuert für Herr-Sorge- ziemlich viel und bei, äh, Poesiealbum habe ich ganz viel mitgezeichnet und ein paar Sachen mit animiert. Da habe ich sogar eine Urkunde bekommen. Ach was. Nice, ne? Irgendeinen Kunstpreis mitgewonnen und da habe ich auch eins bekommen. Voll nice. Mit Sammy arbeiten war toll, weil bei Sammy kannst du komplett entfalten. Egal, was du geil findest oder machst, er findet immer einen Platz oder einen Weg, das irgendwie zu verwolfen. Total nice. Das war eine geile Zeit und bereue keine Sekunde mit ihm. Sehr schön. Und bis heute sind wir noch super, super gut befreundet. 2016 hast du zum Beispiel auch mit Ferd Legrand zusammengearbeitet und du bist auch bei McEarly untergekommen als dein Management, ne? Kann man so sagen? Richtig. Mittlerweile das Maschine. Wollte ich gerade sagen. Mittlerweile das Maschine und arbeiten mit sehr vielen verschiedenen Leuten zusammen von, ja. Genau. Zum Beispiel. Also mittlerweile alle. Ich wollte gerade sagen, jetzt fällt mir natürlich keiner ein, aber es sind super viele. Waisel fällt mir ein jetzt als allererstes Mal, aber natürlich auch so Leute wie Contra K, oder? Genau. Contra K, Kapi am Anfang. Ich wollte gerade sagen, Kapi, der fällt mir ein. Jesus. 1 auf 7. Okay. Und also ich meine, du hast deine Aufträge dir vorher selbst an Land gezogen. Genau. Habe ich mal an, durch Connections, aber dadurch, dass du jetzt eben bei das Maschine untergekommen bist, kommt da sicherlich auch nochmal von links und rechts was rein. Ja, ich mache das jetzt gar nicht mehr, die machen jetzt alles. Okay. Und ich muss auch sagen, verdammt nochmal, hätte ich 20 Jahre früher machen müssen. Ja. Absolut. Also du warst immer dein eigener Manager und dein eigener Abrechner und alles. Fehler. Ja, okay. Großer Fehler gewesen. Nicht, dass ich jetzt sagen muss, dass meine Karriere nicht gut gelaufen ist, aber der hätte ganz anders laufen können, glaube ich. Das merke ich jetzt erst. Schön. Die Connection kam über einen sehr, sehr, sehr guter Freund von mir, Abbas, oder Abbas, den ich kennengelernt habe auf eine Session für eine Künstlerin auf Anfrage von Warner Music damals. Nee, Warner Chapel, Entschuldigung. und ich ihn dann zum ersten Mal getroffen habe, hier in Berlin in irgendeiner Session und wir uns direkt gut verstanden haben. So, ey, geiler Typ, der Typ macht ja geile Beats, boah. Und wir haben uns dann Kontakt ausgetauscht und dann habe ich ihn mal eingeladen für eine Session bei Sammy und dann hatte ich mich mal eingeladen für eine Session bei ihm und so hat er dann Sachen mit mir auf ASD-Album produziert und dann haben wir Sachen für andere Künstler zusammen gemacht und dann auf einmal sind wir beide eingeladen in eine Session hier in Flexstone in 2016 für Helene Fischer aus dem Songwriting Camp. Ich wusste es gar nicht, ich habe nur gehört Songwriting Camp kommst du auch und ich so, ja geil und dann war ich hier und sie so, Helene Fischer so, boah, das ist ja gar nicht meine Welt, aber geil, versuchen wir und da habe ich den Nico kennengelernt von Mac Early damals, also kam das über Abbas. Und jetzt sitzen wir hier in dem Studio-Komplex, wollte ich gerade sagen. Es gibt auch Fotos von euch beiden, wo aber Curly auch noch mit drauf ist zum Beispiel. Curly, den kennen viele Hörer sicherlich eben auch einfach als klassischen Rapper, aber er ist eben auch Songwriter und ihr arbeitet zusammen nehmen wir an. Ja, sehr viel. Okay. Ja, Curly gehört zum, zu meiner Schweizer Taschenmescher, Messer. Also das ist auf jeden Fall ein Tool, den man unbedingt braucht und Tool jetzt nicht im negativen Sinn, so und du bist ein Tool, aber der Typ ist halt auch, ey, der ist so krass. Nicht nur in Top Lines und in Texten, aber auch in Ideen und auch Connections und also Curly ist sehr wichtig für mich. Und mit Kranz der Luthien arbeitest du auch? Genau, der sitzt ja da. Okay, ja, erzähl mal was über den, den kennt man vielleicht noch von Produktionen für Flow und Immo, zumindest aus Rap-Bereichen. Also das ist schon ganz, ganz lange her. Genau, aber ursprünglich aus Menden, aus dem Sauerland, wo ich, ich komme quasi aus der Nachbarstadt, deswegen habe ich zu ihm und auch Denman und so immer einen besonderen Bezug gehabt irgendwie, aber der sitzt hier nebenan und mit dem machst du auch Musik. Wir schreiben manchmal was, also extrem viel machen wir jetzt nicht, aber ja, schon, also es hängt so ein bisschen, wir sind ja im gleichen Management und im gleichen Verlag und dies und das und wir kommen uns natürlich erstmal jeden Tag auf den Weg, aber wir machen auch, wir haben auch viele Songs zusammen schon geschrieben, auch für Acts, so wie zum Beispiel Gestört, aber geil und, und ja, Mike Singer, Mike Singer, nee, da war er nicht bei mir dabei. Nee. Er schon und ich auch, aber nicht zusammen. Okay, verstehe. Oder? Das war jetzt so eine Vermutung. Ich habe das, okay. Curly und Dead Rabbit. Ah, okay. Arbeitest du auch mit Seraphinale? Nee. Okay. Aus keinem Grund. Okay. Ist einfach noch nie zustande gekommen. Okay, weil es gibt ja manchmal, wenn man Instagram durchscrollt, so Fotos von solchen Songwriting-Camps und so weiter und so fort und da ist er ja auch sehr, sehr umtriebig auf jeden Fall. Deswegen dachte ich, vielleicht seid ihr euch da auch schon mal irgendwann in der Welt gelaufen. Vielleicht hat er einen anderen echt den Namen und kenne ihn nur so. Ähm, ja, egal. Ja. Das weiß ich jetzt auch gar nicht. Was ich auch noch bei Instagram gesehen habe, ist ein Foto von dir und Yoshi Mixu. Ja. Mixu ist ja jetzt auch mit McCloud, gerade im deutschen Rap auf jeden Fall nicht mehr wegzudenken. Ich habe sie mal die deutschen Tone & Poke, also Trackmasters genannt. Ja. Einfach, weil sie so allgegenwärtig sind und den Sound irgendwie auch mitgeschliffen und geprägt haben in den letzten Jahren. was hältst du von ihm? Super Typ. Mhm. Kann nichts Negatives sagen. Ich kann nur sagen, alles verdient, weil der kann ja alles. Mhm. Und vor allen Dingen finde ich es so schön, ähm, das wäre jetzt die anschließende Frage auch. Also, ich meine, er und McCloud arbeiten eben auch mit diesen Signature-Sounds am Anfang jedes Songs, ja, und da sind sie ja auch nicht die einzigen beiden. Das machen viele mittlerweile. Mittlerweile werden auch die Produzenten oft gewürdigt. Dann steht da eben nicht nur der Interpret und der Titel, sondern eben auch, wer den Song zu verantworten hat auf musikalischer Seite. Das ist eine schöne Entwicklung, oder? Nee. Nicht? Nee. Okay. Weil das ist nur da gekommen, weil sie angefangen haben, weniger zu bezahlen oder gar nicht. Dann können sie wenigstens deinen Namen nennen, oder? Ah, okay. Das ist ein Beiprodukt, der zwar geil ist, aber ich meine, jetzt auf unseres Niveau ist es natürlich nicht so. Mhm. Ja, vor allem Mixu und ich und so, ich meine, wir machen ja nichts unbezahlt. Aber das ist gekommen, weil ganz viele Rapper Beats genommen haben und einfach gesagt haben, ja, kein Budget. Aber Visibility. Aber weißt du was? Ja. Ich schreibe deinen Namen und so ist das entstanden. Deswegen ist das eine gute, aber schlechte Entwicklung. Verstehe. Okay. Ähm. Was würdest du sagen, also ich meine, du hast noch wahnsinnig viele andere Sachen gemacht. Also du hast zum Beispiel auch für dieses Falco Tribute Album gearbeitet mit Alias und auch mit San Diego. Und mit Sido. Und mit Sido, genau. Du hast mit Kappi gearbeitet. Richtig. Du hast mit Kollegah und Majo gearbeitet. Richtig. Für, was ist denn los mit dir? Teil 2. Ja, das sind wir dabei. To Unlimited. Ganz genau. Da schließt sich dann der Kreis. Also du warst auch zum Beispiel in diesem The Voice of Germany Podcast und hast ein bisschen deine Expertise abgegeben. Ja. Wahnsinnig viele Sachen, über die wir jetzt gar nicht noch en Detail irgendwie sprechen können. Aber was mich zum Abschluss noch interessieren würde, ist, wie hat sich das Produzieren für dich im Laufe der Jahre verändert? Also zum einen technisch gesehen, ne, wir haben ganz am Anfang bei den ganz ersten Computern angefangen vorhin, du hast zwischendurch Laptops erwähnt. Zum anderen aber auch einfach vielleicht handwerklich oder von deiner Herangehensweise. Also das würde mich interessieren. Also ich glaube tatsächlich, das ist meine Herangehensweise, 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 oh mein Gott. Meine Herangehensweise. Wir sind hier fast zwei Stunden drin. Ja, also meine Herangehensweise ändert sich tagtäglich. Ich habe jetzt auch seit drei Monaten einen neuen Dauer. Ich habe immer auf, ich habe angefangen auf Cubase, dann gewechselt zu Logic, Logic bis zu drei Monate, jetzt bin ich Ableton und erfinde mich wieder komplett neu. Also auch einfach, um andere Reize zu haben, anders darauf reagieren zu können. Ja, neue Inspiration, aber auch weil, und das würden jetzt ganz viele Leute mich komplett übel nehmen, aber Ableton kann einfach Sachen, die man heutzutage braucht für moderne Musik, die Logic nicht kann. Nicht, dass du es nicht da machen kannst, aber mit extrem vielen Umwege. Und ja, also für mich, da bin ich absolut unloyal. Wenn es so lange das ist, was für mich funktioniert, dann bin ich super froh, wenn ich merke so, hey, das ist doch viel geiler, dann tschüss. Und dann abschließende Frage noch, wir haben jetzt sehr viel über deine Musik gesprochen oder das, was du eben gemacht hast im Laufe der letzten fast 30 Jahre. Was würdest du sagen, gibt es Songs, vor denen du den Hut ziehst, weil du sagst, die sind auf allen Ebenen einfach brillant, die sind gut geschrieben, die sind sehr gut produziert, die haben guten Klang, gute Performance. Was gibt es da so, vielleicht, wenn du dich auf drei beschränken müsstest? Der ganze Zeit oder jetzt gerade? Wie du magst. Das bleibt dir überlassen. Dicker, das ist die schwierigste Frage, die du mich jemals gestellt hast. Hey, es gibt so viel extrem Gutes, aber persönlich jetzt, das, was ich höre, das hört ja kein Schwein. Es gibt jetzt einen Künstler, von dem ziehe ich 10 Hüte und wahrscheinlich auch die einzige 10, die ihm hören. Das ist Anamoli, das ist so ein Kanadier, der macht irgendeinen Funk-Fusion-Jazz extrem modern. Das ist unnormal gut. Das finde ich unglaublich geil, weil es mal was Neues ist. im Gängige, so was so läuft und geht, muss ich sagen, es wird jetzt langsam wieder interessant. Ich habe die letzten drei Jahre mich extrem gelangweilt, weil alles gleich klingt und immer die gleiche Snare und immer den gleichen Ablauf muss nicht sein, sage ich jetzt mal. Aber jetzt wird es wieder, jetzt macht es gerade wieder richtig Spaß. Die etwas neueren Sachen, die gerade kommen, die finde ich total spannend. Sehr gut. Aber ich kann mich nicht auf drei begrenzen. Das kriege ich nicht hin. Okay. Jan, ich danke dir sehr für deine Zeit. Es war unglaublich spannend. Für dich glaube ich auch. Voll. Zwischendrin. Absolut. Also vom Anfang an ganz viele Sachen gehört, die ich schon wieder vergessen hatte. Ich fand es sehr schön, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir darüber zu sprechen, weil ich das wirklich, also ich finde es eine sehr interessante, spannende Karriere, die du da bis jetzt hingelegt hast. Und ich wünsche dir alles Gute. Danke, Jan, ich dir auch. Und vielleicht sehen wir in 30 Jahren nochmal. Auf jeden Fall. Das machen wir. Cool. Ihr Lieben, das war eine neue Folge vom All Good Podcast. Wir hören es in der nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss.